Werketreu. James Cameron. Mit Bastian Schlingel-Würfler, Alexander Huxmaster-Waschgau und Arne Kotnager-Hoddert. Werketreu James Cameron. Hallihallo, schönen guten Tag. Zweite Folge heute. Seid ihr auch da? Wunderschönen guten Abend. Ja. Wir sind auch da. Hervorragend. Wir besprechen heute immer noch den Film Terminator. Wir sind ja richtig weit gekommen. Letztes Mal eine Minute 57 weit. Also in der Version, die wir alle gemeinsam hier haben. Das heißt, wir haben gerade den Schriftzug noch angeguckt, aber noch nicht den Schriftzug. Also Schrift ist hier an Schrift. Die kleine weiße Schrift haben wir gesehen, die viele, aber noch nicht die große blaue. Und das passiert jetzt. Wobei, bevor wir auf die große blaue Schrift kommen, würde ich ein ganz kleines bisschen noch über die Musik auch sagen, die wir hier hören. Brett Fidel hat den Soundtrack gemacht für Terminator. Und der ist ja ziemlich ikonografisch geworden, dieser Soundtrack. Der ist sehr minimalistisch. Und man könnte jetzt meinen, das ist so ein reiner Keyboard-Soundtrack. Nee. Was er im Kern auch ist. Oder Synthesizer-Soundtrack. Du meinst, das auf Töpfen rumkloppen ist Synthesizer? Ja, das sind durchaus Sounds, die aus dem Synthesizer kommen. Also der komplette Soundtrack ist elektronisch erzeugt, was ja eigentlich zum Thema des Films ja auch passt. Ja, klar. Und was halt ganz witzig ist, zur damaligen Zeit, 1984, wahrscheinlich hat er 1983 oder irgendwann schon vielleicht angefangen oder auch von mir aus 1984, war man ja mit dieser ganzen Technologie noch nicht so weit. Das heißt, er hatte einen Synthesizer, der diese Audiospur mit dem Rhythmus machen konnte. Und er musste aber den Rest im Studio dazu einspielen. Also weil er das nicht komplett sequenzen konnte. Wow. Also das, was wir ja heute so nebenbei so machen können, Spuren übereinander legen und dann zusammenfassen konnte Brad Fidel damals nicht. Wollte aber gerne diese Technologie benutzen. Und er hat in einem Interview gesagt, dass er, während er diesen Soundtrack dann eingespielt hat, also quasi live dann dazu gespielt hat, immer wieder sich so gefühlt hat wie Kyle Reese oder Sarah Connor in dem Film, weil er von der Technik gejagt wurde. Sprich von dem Rhythmus. Den konnte er nämlich nicht stoppen, weil der lief halt durch, der hatte ja das vorgegebene Tempo und er musste alles andere, was dann so kam, live dazu einspielen. Und diese Maschinen haben ihn dann vor sich her getrieben und hat das dann immer so als Analogie des Soundtracks zum Film beschrieben. Er hat dann für Terminator 2 den Soundtrack mit einem deutlich aufwendigeren System, da werden wir dann in Terminator 2 nochmal drüber reden, gemacht. Da war die Technologie dann ein bisschen weiter, dass er insgesamt das zusammenbauen konnte. Aber hier war es tatsächlich so, dass er teilweise, ja fast wie so ein Orchester, mit dem sich dann die Sachen live eingespielt hat. Und wenn man sich das jetzt mal anhört, wie der Soundtrack dann am Ende produziert ist, und es gibt ja viele, viele YouTube-Videos von Leuten, die dann live covern, so den Terminator-Soundtrack, gerade den ersten. Ich finde, es gelingt kaum jemandem auf YouTube, dass es so, so geil klingt, wie wirklich die Version, die wir da hinterher auf der Soundtrack-CD oder jetzt hier natürlich bei der Intro-Sequenz-Film finden. Also der Sound ist schon einfach sehr, sehr geil. Der ist halt vor allen Dingen auch total simpel gemacht. Also der Grundbeat, der besteht aus genau zwei Tönen, die einfach in verschiedenen Abständen gespielt werden. Und das ist phänomenal. Also im Grunde macht er ja nur Dimm-Dimm und das halt in verschiedenen Abständen. Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm. Ich kann es nicht imitieren, weil es ist einfach, ja. Und durch dieses Minimalistische halt super. Und dann, wie du schon sagst, dieser Hammerschlag oder dieser Anvil, was heißt ein Anvil? Ein Amboss. So ein Hammer, das klingt ja so wie so ein Hammer, der auf einen Amboss geschlagen wird. Das ist halt auch ein Sample. Das nimmt im Prinzip ja das Metall vorweg, was wir ja erst viel, viel später im Film sehen werden. Also wir haben natürlich den Roboter jetzt gerade auch schon gesehen, diese Maschinen. Aber so diesen Bezug dann nochmal, dass dieses Metallwesen die Menschen jagt, das werden wir ja alles erst viel später gewahr werden. Und auch da sieht man wieder, wie Terminator, wie die ganzen Komponenten des Films aus irgendwelchen Gründen, warum das auch immer so ist, einfach super gut ineinander greifen. Meiner Meinung nach. Ja. Was relativ witzig ist, Fidel wurde gefragt, also nachdem das alles fertig war, sollte ja noch ein bisschen, sollte ja noch so ein bisschen Soundtrack gebaut werden. So, hier kannst du mir mal die Sheet-Music geben für das ganze Zeug. Also so die, wie heißt das Sheet-Music auf Deutsch? Die Noten. Ja. Notierung. Danke. Und der so, ja nee, ist nicht so einfach. Weil ihm war ja bis dahin gar nicht bewusst, was für ein Rhythmus, was für ein, ja, also in welchem Rhythmus der ganze Spaß überhaupt ist. Und, naja, es wurde dann später, es fand sich dann später heraus, natürlich viel rumprobieren, dass es irgendwie ein 13,16 ist, was einfach gar nicht so, ich sag jetzt mal, gar nicht so alltäglich ist. Ja. Völlig verrückt. Ja, 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 ja. Also es ist einfach, also ein sehr, sehr schöner Soundtrack, sehr experimentell, also wenn man sich die Soundtrack-CD mal so alleine anhört, wird das zwischendurch auch sehr anstrengend, weil du ja auch so Verfolgungssequenzen mit sehr schnellen Keyboards, sehr harten Keyboards in diesem Soundtrack hast. Zum Film passt es sehr, sehr gut, aber es gibt andere, ich höre sehr viel Soundtracks von Filmen, Terminator kann man nur zu bestimmten Dingen hören, weil der dann doch, ich weiß gar nicht, dystopisch oder atonal an ein, zwei Stellen dann auch ist, vielleicht sind das so die Worte, die ich suche. Aber man kann sich den natürlich gerne mal anhören, wenn man da die Möglichkeit zu hat, also wir haben halt so ein Apple Music von mir ein Abo, deswegen kann ich so ein Zeug einfach mehr suchen, dann einfach reinpfeift, wenn ich da gerade Lust zu habe, was ich dann auch ausnutze. Aber der gehört jetzt nicht zu den Soundtracks, die du so bei irgendwas entspannt nebenbei hören kannst. Auf jeden Fall stellen sich bei mir jedes Mal, wenn in dem Moment, wo die Melodie anfängt, also mit der Sprache funktioniert das heute nicht so richtig gut, aber was soll's, ist ja zum Glück kein Sprachwerk hier. Ein Glück. Ja, in dem Moment, wo die Musik, also wo die Musik und die Melodie eigentlich einsetzt, stellen sich bei mir jedes Mal die Nackenhaare wirklich auf, das ist einfach wahnsinnig gut. Also diese Streicher-Syns sozusagen. Ja, ja. Da ist das schon auch eine... Genau. Das ist einfach, einfach sehr, sehr, sehr gut. Und obwohl diese, also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, viel langweiliger könnte ja so eine Title-Sequence überhaupt nicht sein, außer so halbwegs schlecht freigestellte Outlines von Schriftarten, die sich gegeneinander hin und her fahren. Verschieben, ja. Genau, verschieben. Aber trotzdem kann ich mir das Film oder mal angucken. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich der Musik geschuldet. Ja. Ich finde aber auch die Ästhetik gut. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, ist das gezeichnet? Ich hab mich auch gefragt, wie sie es gemacht haben. Also das sieht ja fast ein bisschen aus, als ob das ein, ja wie so ein Comic gemacht ist. Also wir werden, ich hab darüber leider nichts gefunden. Vielleicht hab ich auch nicht genug gesucht, wie die Title-Sequenz gemacht ist. Aber es sieht nicht so aus, als ob das ein Rechner gerendert hätte, oder? Könnte gut sein. Du siehst ja auch zum Beispiel, wenn du dir jetzt das R, der dritte Buchstabe in Terminette anguckst, das letzte R, die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Also die sind unterschiedlich beleuchtet. Und es würde jetzt keinen Sinn machen. Also gucken wir uns mal den Lichtwurf auf dem O an und dann den Lichtwurf auf dem letzten R an. Und der R-Lichtwurf ist geringer und der ganz vorne beim R ist auch viel größer als beim E davor. Also es würde jetzt, also es würde jetzt, spricht eigentlich nichts dafür, dass das jetzt ein Rendering ist. Sondern eher irgendwas, was jemand von Hand so gezeichnet hat. Könnte schon sein. Ich vermute auch, dass das einfach auf einer großen Leinwand, also auf einer klaren Fläche gezeichnet wurde und gegeneinander verschoben ist. Also es läuft ja auch nicht glatt. Es sind ja durchaus auch ein paar Ruckler drin und einige Haker und so. Also das war ja jetzt auch kein seltenes Mittel. Also bei Star Wars zum Beispiel, da sind ja auch etliche Dinge einfach gemalt worden und über das Bild tatsächlich rübergelegt worden. Und das ist vielleicht hier auch einfach passiert. Also die Verschiebung, die kann schon auch digital passiert sein. Da weiß man nicht genau. Also da würde ich auch wieder so weit gehen. Und wir erinnern uns da vielleicht zurück an die eine oder andere Stelle aus unserer Matarix-Besprechung. Dass wir hier möglicherweise, dadurch, dass die ganzen schwarzen Passagen durchsichtig sind, wieder von, ihr wirst ja schon einem Luma-King sprechen. Aber also möglicherweise. Ich glaube auch nicht, dass das. Luma-King ist ja relativ einfach. Ich glaube nicht, dass das Computer ist. Also ich glaube tatsächlich, dass sie das händisch gegeneinander geschoben haben. Könnte natürlich sein. Weil das nämlich auch so rucklig läuft. Ja, oder halt. Also ich glaube, dass es rucklig läuft, liegt wahrscheinlich an der Kopie, die wir uns im Zweifel angucken. Weil das guckt, das schaut so ein bisschen so aus wie, wir haben einen, weiß ich nicht, 24 Frames Ding und lassen das jetzt mit 23, 9, 7 laufen oder 25 oder blablub. Ja, okay, das stimmt, ja. Weil das sind so, also es sind so, es sind so Frameskips, die passieren und das sonst läuft das Team nicht ziemlich gut. Weil wenn ich es gegeneinander ziehen würde, würde ich es von einem Motor gegeneinander ziehen lassen, der einfach ganz konstant läuft. Weil das ja so gut geklappt hat bei dem Intro von Star Wars. Genau, zum Beispiel. Nee, da hatten sie, also da hatten sie, das weiß ich tatsächlich, extreme Probleme, das glatt zu kriegen. Also so eine Kamera über so einen Schriftzug fahren lassen, war damals nicht so wahnsinnig simpel. Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil wenn du dir, wenn du dir so die Kanten, wenn so zwei Teile übereinander liegen, dann erzeugt das ganz seltsame, helle Kanten, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo die herkommen. Ja, das sicher, ja. Oder ob das nicht eine Verrechnung von Pixeln ist, in irgendeiner Form. Ich vermute mal, wir werden es nicht rausfinden. Weil ich habe jetzt mal auf die Schnelle nichts gefunden, wo genaueres über diese Title Sequenz, über die Herstellung jetzt erzählt wurde. Sonst könnte man, ja. Ja, wobei das Zoom-Out am Ende, also wenn wir denn jetzt, also wir fahren ja sehr dicht über den, über das Wort Terminator drüber, ohne dass man es wirklich lesen kann, finde ich. Also man sieht es glaube ich, aber erst wenn man das erste Mal richtig rauszoomt, weiß man, was da eigentlich gerade gestanden hat. Und das sieht für mich wirklich aus wie eine Cell-Animation. Also auch gerade so dieser Lichtreflex, der noch so rüberläuft, das sieht eigentlich so aus, als ob es einfach noch gezeichnet ist. Also so klassische Animation. Also gerade dieser Aspekt, dass die beiden Schriften gegeneinander laufen und man sie nicht erkennen kann und überhaupt nur einen Buchstaben-Ausschnitt jeweils sieht, das ist natürlich gewollt. Ja, das ist gewollt. Dass man es nicht erkennt, was da steht. Ja, klar. Ja, aber ich meine, wenn jetzt die Kamera wegfährt und man sieht The Terminator und dann verschwindet das ja so nach hinten, das sieht für mich wirklich ein bisschen aus wie eine Cell-Animation. Wie so eine klassische Animation, wie in einem Comic. Aber gut. Ja, ich weiß nicht. Also wenn du das... Ach, könnte es sein. Also der Zoom, der Zoom, behaupte ich, ist der, also der ist, das ist ein Block, ein Block Text und der wird dann kleiner skaliert, wie auch immer und sei es mit einer Optik. Ähm, aber nachher die, das, das, das Highlight auf dem Ding da, ja, das ist wahrscheinlich, könnte eine Cell-Animation sein, die da drüber gelegt worden ist. Weil, ja, es ist lustig, ist, der Schriftzug verändert sich auch ganz am Anfang ein bisschen, wenn dieser, wenn dieser Lichtreflex kommt. Ja. Ja, schwierig. Es sieht aus wie so eine Überblendung, ne? Also irgendwie steht dann plötzlich, sieht es ein bisschen anders aus. Aber sei es darum, wir erfahren am Ende, dass der Film The Terminator heißt. Mhm. In der Tat. Und das verschwindet dann, die Musik blendet ja auch aus. Wisst ihr, warum der Film im Deutschen nur Terminator heißt und nicht The Terminator? Ich nehme mal an, das ist der Zeit wahrscheinlich geschuldet, weil der, also, zum einen, überlegst du mal, in Deutschland, der 1984, da geht jemand zum, zum, zur Kinokasse und sagt, Servus, ich hätte gerne ein Ticket, ich hätte gerne eine Karte für The Terminator. Also, allein schon, weil wir kein, also, TH aussprechen können. Ja. Und. Ihr Bayern jetzt. Wir Bayern, also natürlich ist das in Hamburg, ist das was anderes. Freit. Genau, also, und ich glaube, das, also, das macht man heutzutage, das macht man ja immer mehr und mehr und mehr, dass man auch die Titel gar nicht mehr übersetzt, auch wenn es irgendwie, wie, ganz, also, nicht so alltagsenglische Titel sind, dass man sie trotzdem so lässt. Also, ich, habe ich jetzt im Grunde ja auch wirklich wenig dagegen, aber das war damals ja auch, das war ja damals auch noch ganz anders, also, dass man das Wort Terminator nicht übersetzen konnte, der Beender, also, ne. Muss ja nicht, weil, weil, weil der Begriff Terminator ja dann im Film, auch im Englischen ja erklärt wird und damit kannst du genauso oft im Deutschen erklären wie im Englischen und klar, man hat natürlich Anglizismen damals versucht, extrem zu vermeiden bei, bei Kinofilm. Das hat ja halt den Vorteil, dass Menschen ins Kino gehen konnten, die nicht the sagen konnten. Umgeregt hat es ja auch wirklich zu skurrilen deutschen Titeln von amerikanischen Kinofilmen ja auch geführt. Und interessanterweise, Terminator 2 fällt mir so ein, den habe ich dann tatsächlich eigentlich mal als Judgment Day abgespeichert und nicht als Tag der Abrechnung. Weil der, obwohl er ja in Deutschland hieß, Terminator 2 Tag der Abrechnung und ich habe ihn aber als Judgment Day immer für mich gedanklich gespeichert gehabt. Aber gut, da war ich vielleicht auch schon dem Englischen ein bisschen mehr zugetan, was ich heute auch noch bin. Also, bei Terminator 2 mag das daran liegen, dass das deutsche Wort Abrechnung ja keinen Buchstaben vermisst. Also, wie das englische Judgment. Das verstehe ich nicht. Naja, Judgment hat doch normalerweise ein E mehr, als im Titel von Terminator steht, oder irre ich mich? Äh, warten Sie mal kurz. Bitte halten Sie. Bitte halten Sie. Ähm, aber wo du jetzt gerade am Forschen bist, ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, dass es in Deutschland früher ganz anders war. Die Age ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Aber in meiner Jugend und so, habe ich, ähm, habe ich auch immer Terminator gesagt. Weil das auch so ein Wort ist wie Regulator oder keine Ahnung, also irgendwie irgendein deutsches Wort. Ja. Und das war halt überhaupt kein Problem, weil man es einfach als, als Deutsch, man kann es ja auch Deutsch aussprachen. Das wäre halt nicht gegangen, wenn da The vorgestanden hätte. Und deswegen nehme ich mal an, dass das auch der Grund war, warum das blöd gegangen ist. Und man musste wahrscheinlich auch nur, äh, einmal kurz was retuschieren. Ja. Ja. Also, auch das ist ja immer wieder so ein, so ein, so ein, so ein Ding bei den, bei den einen Deutschen, und, naja, wie auch immer. Ja, und dann, ich finde es ja lustig, wenn wir mal ein bisschen jetzt in den Film endlich mal hineingehen, ähm, nach gefühlt drei Stunden vor Geplänke. Also ganz kurz, um das, um das, nicht, dass wir jetzt E-Mails bekommen. Äh, Judgment Day, äh, also gilt, 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 gilt sowohl mit der oder als, als auch ohne E. Okay, na gut, okay. Aber es wird halt im Film jedenfalls ohne geschrieben. Ja. Gut, aber da kommen wir dann in ungefähr, ich sag mal, 40 Folgen zu. Ich wollte gerade sagen, bei dem Film sind wir ja noch gar nicht. Was? Na, dann geh ich jetzt. Aber ich hab das gerade noch nicht verstanden, was ihr, ach, Judgment oder Judgment. Genau. Judgment oder Judgment. Ich würde jetzt behaupten, spontan aus dem Bauch raus, dass das eine American-Englisch ist und das andere British-Englisch, oder? Korrekt. Und das ohne E ist American-Englisch, oder? Korrekt. Und das mit E ist, ist, äh, ah ja, okay. Australien-Englisch. British-Englisch. Na, guck mal. Wie mit Color auch und so. Ist ja auch jeweils unterschiedlich. Aber da hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte den, glaube ich, mit E geschrieben, aus dem Bauch raus, den Film. Ich hätte das Wort auch mit E geschrieben, aber es wird halt ohne geschrieben und das ist mir irgendwann aufgefallen. Da hab ich nie drüber nachgedacht. Okay, es ist tatsächlich doch alles komplett anders. Das ist das, was man bisher dachte mit Englisch und US ist aber irgendwie nicht so. Das eine war, so schrieb man es früher, das andere, es ist wild. Das eine ist alt und das andere ist neu, ist Englisch, oder? Ja, das, äh, die Antwort möchte Sie verwirren. Bitte schauen Sie einfach in die, äh, in die, äh, den verlinkten Text, verlinkten Link in unseren Shownotes. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Okay, du hast was längeres rausgesucht. Ja. Sprache ist ja auch was Feines. Gerade sich so verändernde Sprache ist, glaube ich, ein Albtraum. Ja. So, Tag der Abrechnung. Und er wird aber laut IMDb ohne E geschrieben. Genau. Und das Judgment ohne E ist auch das, was man offensichtlich öfter benutzt. Hätte ich nicht gedacht, äh, bis vor fünf Minuten, aber, ähm, ja, da haben wir heute auch mal wieder was gelernt. Aber den Film besprechen wir nicht, sondern der Vorspann von Terminator 1 ist endlich vorbei. Wir können jetzt eigentlich über den Film reden. Ich finde das total geil, dass dieser, also, dass der tatsächliche Film, ähm, mit einfach so mechanischen Geräuschen beginnt. Ja, im Dunkeln. Und auf verschiedenen Mal. Genau, zum einen im Dunkeln, zum anderen mit so mechanischen Geräuschen und zum anderen mit einer Maschine, wo du am Anfang überhaupt nicht weißt, was du da eigentlich siehst. Und ich hab, also, das allererste Mal hab ich gedacht, jetzt sind das wieder irgendwelche Zerstörungsmaschinen. Wir sind immer noch im Krieg oder so. Ja, genau. Bis die Kamera dann geschwenkt hat. Also, es, also, das Schöne ist, das Geräusch ist eher so ein, was irgendwie vertraut klingt. Genau, also, das kennt man irgendwie irgendwo her. Es macht natürlich nicht von vornherein Sinn, was man da gerade hört. Aber du hörst auch sofort, das ist nicht, es ist kein produziertes Geräusch. Also, das ist nichts, was in irgendeinem Soundeffektstudio entstanden ist, sondern das ist ein Geräusch, das, da hat sich jemand mit dem Mikrofon irgendwo hingestellt. Und das aufgenommen, was da gerade passiert. Das finde ich heute mal sehr, sehr gut. Und das ist so, nach allen Dingen, was jetzt gerade kam mit Krieg und Atomgrillen, bla, guckst du und denkst, boah, was kommt denn jetzt? Und es ist einfach sehr, sehr, sehr geschickt gefilmt. Ja. Und in Amerika bist du wahrscheinlich diesem Gerät auch noch vertrauter gegenüber, als du das in Deutschland bist. Bei mir ist es halt so gewesen, bis ich den Kühlergrill und den Scheinwerfer gesehen hab, bis ich zusammengekriegt hab, was es ist, was ich da gerade. Höre und sehe. Nämlich einen Müllwagen. Und in dem Moment, wo du diese Scheinwerfer siehst, die ja auch noch relativ niedlich aussehen, in Anführungszeichen, ist auch plötzlich die ganze Bedrohlichkeit von dieser spitzen Gabel weg, die man am Anfang noch sieht. Ja, genau. Also es ist halt so ein amerikanischer Müllwagen, mit dem man Container so aufspießen kann und dann hinter, also quasi hinter der Fahrerkabine hinter sich werfen kann. Das ist ja so ein Konzept, was wir in Deutschland gar nicht so oft haben. Ich glaube, wir haben, es gibt die bei uns, aber ich glaube, in den Staaten sind die deutlich gebräuchlicher, die Dinger. Ich weiß noch nicht, ob das so ein schlaues Konzept ist, den Müll erstmal über sich rüber zu schieben, bevor man den irgendwo hinkippt. Aber gut, lassen wir das außen vor. Die haben ja oben in der Regel schon so Rutschen über dem Führerhaus, also von daher ist das alles nicht so wild. Und du brauchst halt nur eine Person, um den Müll zu sammeln, nicht mehrere Personen. Das ist natürlich sehr personal, sparsam. Und wir sehen einfach so einen völlig, sagen wir mal, semi-motivierten Müllwagenfahrer. Ich kann das total nachvollziehen, seine Motivation. Mit so einem Stogie im Mund, also so einer abgekauten Zigarre, der eben jetzt gerade Müll verlädt. Und da einfach genau null Bock drauf hat. Auch sehr schön mit seinem gestrickten Hut. Also, sehr lustiger Typ. Aber stell dir vor, du bist halt irgendwie im 2 Uhr in der Nacht unterwegs und machst einen der stupidesten Jobs, die man sich so ausdenken kann. Also irgendwie an so Tonnen hinzufahren und sie dann noch hochzuheben und hinten automatisch auskippen zu lassen. Ist ja auch scheiße. Und ist wahrscheinlich auch ein Minimal-Wage-Job. Hundertprozentig, ja. Das ist so eine Mindestlohn-Geschichte in den Staaten, wo du einfach auch nicht viel Geld mit verdienst. Hundertpro. Ja, und dann hört man so ein Electric Crackling. Würde jetzt wahrscheinlich der Untertitel für Menschen mit Hörschwierigkeiten heißen. Also so ein elektrisches Klüster. Genau. Ganz wichtiger Unterschied hier zwischen Crackling und Cackling. Weil das wäre... Ja. Genau, also mit R. Es beginnt aber tatsächlich damit, dass erstmal der Wagen ausgeht und der Müllwagenfahrer nicht weiß, warum. Ja. Und dann dreht er einen Schlüssel rum und es bringt nichts. Und dann kommt erst dieses Elektro... Kommt das nicht schon mal schon? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube nicht. Also als die Lampe ausgeht, macht es auch schon einmal Crack. Ich höre mal rein. Wir hören jetzt mal alle rein. Das ist für euch jetzt besonders spannend, weil ihr könnt das nicht hören. Und ich kann gerade nicht so kleinteilig spulen bei mir an meinem Rechner. Sorry. Aber ich überbrücke das jetzt. Jetzt fährt die Gabel in diesen Müllcontainer rein. Wir sehen uns an der Einblendung. Los Angeles 1984, 1952. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Morgens. Stimmt, richtig. Ja, also jetzt wird auch die Zeit noch gesetzt. Hat er jetzt... Ja, man hört tatsächlich so... Ja, okay, du hast gewonnen. Ja. Ja, es gibt so ein komisches Geräusch, genau. Und also da sehen wir halt auf jeden Fall, die Maschine ist ausgegangen und er versucht sie halt wieder zu starten. Auch schön hier mit den Kratzspuren vom Schlüssel, wo man sieht, wie jemand wiederholt das Schlüsselloch nicht getroffen hat. Also entweder hat er das Model-Department gute Arbeit geleistet oder es war halt einfach... So ein alter Wagen einfach. Ja. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Und natürlich, das Ding geht aus und was tut er? Er flucht erstmal. What the hell? Das finde ich auch sehr schön, dass er einfach nochmal kurzfristig geflucht wird. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil also einen Job machen, auf den er keinen Job Bock hat. Und dann auch noch geht das Ding jetzt aus und es ist nachts um zwei. Das ist ja auch irgendwie alles ganz bescheuert. Das ist das erste Wort des Films, oder? Wollte ich gerade sagen. Das erste Wort ist what the hell. Ja. Das ist schon... Das ist ganz nett. Und der zweite Halbsatz ist ein goddamn son of a bitch. Das macht's besser, ja. Also wir fangen ja kurz danach an, so Blitze zu sehen überall, die durch die Luft fliegen. Offensichtlich stürmt es in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde es relativ smart, dass sie die wahrscheinlich sehr schlecht gealternde Effekthölle umgangen haben, indem sie gezeigt haben, wie der Terminator ankommt. Sondern wir sehen halt, also wir sehen die Auswirkungen dieser Reise auf einen Bewohner und einen Bewohner der Erde aus der Zeit, ohne jetzt den Effekt selbst zu sehen. Also wir kennen den Effekt ja dann aus nachfolgenden Filmen. Ja. Zum Beispiel mit dieser Kugel. Sondern wir sehen dann nur noch, dass da was passiert ist und dass da jemand ange... Also plötzlich dort jemand ist. Knockert. Wie die Maschine ihn schuf. Aber so das VFX-Drama, das man dazu hätte veranstalten müssen, das wurde einfach... Also ich meine, das ist jetzt keine neue Erfindung des Films, dass man sowas so macht. Aber das wurde damit, finde ich, ganz geschickt umgangen. Ich bin, pardon, ich muss nochmal eben zurück. So weit bin ich nämlich gedanklich noch gar nicht. Ich bin noch bei der Einblendung. Weil es gibt ja wahnsinnig viele Filme. Hier zum Beispiel der letzte, den wir besprochen haben. Los, ähm, ähm, wie hieß der noch? Matrix? Ähm, da gab's ja... Wir wussten überhaupt nicht, was wo ist. Wir haben's dann rausgefunden und so. Aber hier in diesem Film gibt's da einfach gar keine Diskussion, weil da steht Los Angeles. Achso, genau. Man muss gar nicht überlegen. Und dadurch ist natürlich auch der Zuschauer des Films schon relativ gut geprägt, weil das steht da ein paar Sekunden und er weiß einfach, alles klar, wir sind in einer amerikanischen Großstadt. Ähm, 1984, ja, es ist jetzt Zeit, weil ich bin ja 1984 jetzt im Kino und ähm, es ist also genau meine Welt, in der das alles spielt. Und das ist natürlich schon eine interessante Information nach dem Vorspann, den wir ja vorher gesehen haben, wo wir... Wobei das wahrscheinlich in dem Moment, wo du, wo du, ähm, also angenommen, wir gehen mal davon aus, dieser Film würde nur in den USA laufen, ist, äh, wenn nach zwei Minuten wäre das eh alles klar. Also, du siehst sofort, dass du ungefähr in der Zeit bist, wo dieser Film spielt, allein durch die Optik dieses Fahrzeugs. Also, das datet den Film sehr, sehr stark und kurz danach siehst du halt, dass das Ganze im Griffith Observatory spielt und ich glaube, das ist so ein, so ein ikonisches, ist schon ein ikonisches Gebäude, das mindestens in den USA so gut wie jeder erkennt. Und, also, gut, die Frage ist, erkennt es jeder, weil es in Terminator, ähm, dabei war oder erkennt man es einfach, ähm, ja, die, äh, schwer zu beantworten natürlich jetzt, äh, aus der jetzigen Warte, aber ja, du hast natürlich recht, also die, die Frage stellt sich einfach gar nicht mehr. Aber damals hatten die Leute ja nichts, also zumindest kein Internet und deswegen waren natürlich auch so Bilder von Griffith Observatory auch noch nicht so verbreitet wie heutzutage. Ich glaube aber zeitgleich, äh, dass beides funktioniert, ne? Also zum einen setzt du es in, äh, nach Los Angeles und dadurch, dass du das Observatory dann auch gleich noch zeigst, das ist quasi doppelt gemoppelt. Also, dass du nochmal ganz, ganz deutlich machst, das ist jetzt hier und jetzt mitten unter uns, findet das hier alles gerade statt. Ja. Also ich glaube, da gilt einfach, ähm, ähm, beides, ähm, und wenn, wenn ich kurz auf die Effekthölle nochmal eingehen kann, ich finde auch das zeigt wieder, ähm, ähm, wie geschickt James Cameron als Filmemacher agiert hat, weil der hat jetzt ja einfach nicht unfassbar viel Geld. Der Film hat ja nachher schon noch eine ganze Reihe von Special Effects. Ja, aber da, da, wo sie es halt auch braucht. Da, wo es braucht, genau. Ja, und jetzt so, so, äh, Blitze einzubauen, das ist ein optischer Effekt, den man seit vielen, vielen Jahren gut machen konnte. Und bevor er so einen semi-guten Zeitreise-Effekt da einbaut und der Zuschauer sofort innerhalb der ersten drei Minuten sagt, oh, ist das ein scheiß Special Effect, ähm, macht er, macht er genau den Trick, den ja Star Trek auch ganz oft gemacht hat, ähm, Beamen, äh, durchs Geräusch des Beamens. Genau, ja. Damit haben die ja unfassbar viel Kohle gespart. Die haben einfach irgendwas gezeigt, haben das Beam-Geräusch gemacht und dann hat die Kamera nach links geschwenkt und dann standen die da. Und in deinem Gehirn hast du halt zusammengebaut, dass die da gerade hingekrisselt sind, waren sie aber gar nicht und du musstest den Effekt nicht bezahlen. Und genauso ist es halt hier, diesen, diesen Blitzeffekt konnte man damals relativ gut machen, äh, und dann sitzt da einer nackig rum und irgendwie ist der da hingekommen, das muss ja irgendwas mit diesen Blitzen zu tun gehabt und den Rest machst du in deinem Gehirn. Und James Cameron macht sich da nicht seine Einstiegsminuten durch einen schlechten, äh, Special-Effekt kaputt. Also auch, du hättest das auch anders machen können und dann sagen können, komm, wir holen alles raus, machen da irgendwie einen Effekt hin. Und er wusste halt, so viel Kohle habe ich nicht und auch vielleicht noch nicht die Technologie, um die Effekte zu machen, die ich eigentlich haben will. Also hat zusätzlich auch noch zwei Bonus-Dinger, die da mitkommen. Zum einen siehst du natürlich direkt im Gesicht und in der, in der Verhalten des, dieses Truck-Fahrers, dass das jetzt nicht so ein alltägliches Ding ist, dass da irgendwelche solche Dinge passieren, sondern der hat, der, also der ist, der hat jetzt nicht so richtig Schiss, also der ist nicht so, als würde der, wird der angsterfüllte Augen, aber es ist für ihn offensichtlich nicht normal und der haut dann zusätzlich sofort ab und du brauchst kein Hin- und Hergeschneide und zum anderen, du sparst, also stell dir vor, du hättest jetzt hier direkt mit dem Effektfeuerwerk angefangen. Ähm, dann setzt du natürlich auch die Latte höher für, was kommt jetzt danach? Also was ist der nächste Effekt, der da passiert? Ist der genauso geil? Ähm, und die Antwort ist vielleicht nicht. Äh, das werden wir dann sicher auch noch später besprechen. Ähm, und deswegen war das wahrscheinlich insgesamt die klügste Entscheidung, die da getroffen werden konnte, das so zu machen. Ja, und, äh, das ist gut, dass du es ansprichst, noch, noch eben einen Charakter noch reinzubauen, von dem du, ähm, diesen, äh, Effekt abbouncen kannst. Also, äh, über die Reaktionen des Truckfahrers kannst du halt den Effekt noch ein bisschen Ja, genau, über Bande gespielt. Stärker, stärker machen. Ne, wenn du nur diese Blitze hättest kommen lassen, dann wäre es nicht so stark gewesen, wie durch den, äh, Truckfahrer, der wegläuft, wie du gerade schon begriffen hast. Das macht's nochmal, dieses, diesen, diesen Einbruch des Unglaublichen in den Alltag. Das ist ja auch eine Geschichte, über die Alexa gerne redet bei, bei Hoxha. Das hast du jetzt hier genau gerade. Du hast eigentlich Alltag und jetzt plötzlich bricht irgendwas ganz Ungewöhnliches in deinen Alltag ein. Das ist so eigentlich so ein klassisches Szenario aus, aus, aus guten Horrorgeschichten eigentlich. Ja, die haben aber auch, muss ich sagen, hier tatsächlich in manchen Bereichen kein, keine Kosten und Müllen gescheut. Zum Beispiel der krasse Effekt, als dieser Truckfahrer die Blitze sieht in seinem Führerhaus sitzend und dann fliegt ihm noch glatt der Hut weg. Da müssen sie tatsächlich den Hut mit einer Schnur weggezogen haben. Das ist so bei, bei Minute vier, fufzehn ungefähr. Weil, anders kann ich es mir nicht erklären. Also, natürlich soll das hier irgendwie so ein, so ein Nachwehen-Effekt von diesem Blitzen sein, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Und das muss einfach, das ist nicht zufällig passiert, sondern sie haben ihm tatsächlich den Hut vom Kopf gezogen. Ja, oder sie haben eine Luftkanone benutzt, die gibt es ja auch. Ich meine, die hatten sie ja wahrscheinlich sowieso, weil gleichzeitig ja dort Zeug rumfiegt. Ja gut, das ist natürlich auch eine gute Begründung. Ja, ja, ist richtig. Aber ja. Also, wie auch immer. Also, ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was Cameron auch sowieso immer ausgezeichnet hat. Einfach so reinzugreifen in die Kiste, dass ein stimmiger Effekt rauskam, der dich irgendwie mitgenommen hat. Und wenn es halt einfache Mittel waren, dann waren es halt einfache Mittel, aber es ist einfach eine gute Einstiegssequenz. Und dann hast du ja auch einfach diesen, diesen nackten Koloss von Menschen. Den du ja erst gar nicht siehst, weil es alles voller Nebel ist, was ich auch sehr geil finde. Und es nur so eine Silhouette ist, genau. So, und dann verzieht sich so dieser Nebel und dann richtet sich eben der, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, am Zenit seines körperlichen Daseins befindliche Arnold Schwarzenegger auf. Ja, Mr. Universe. Gewesen, zur damaligen Zeit. Und interessant ist ja, wenn man dann weiß, dass er ein Roboter ist. Und da muss ich ja sagen, eigentlich ziemlich cool von Schwarzenegger, wie er das spielt. Also er führt die Augen vor, also er guckt von links nach rechts, also im Prinzip scannt er ja einmal seine Umgebung und dann gibt es ein Close-Up auf seinen Kopf und da siehst du, wie seine Augen vorgehen und der Kopf nachgeführt wird. Und das machst du normalerweise so nicht zwingend. Also das ist, glaube ich, schon auch eine gewisse, also das hat er halt ganz absichtlich so gemacht, weil... Das hat Schwarzenegger sich selber ausgedacht, ne? Genau, also wie so ein Roboter zu gucken, weil normalerweise würden deine Augen eher mittig sein und du führst es mit dem Kopf mit. Also dieser Sprung der Pupillen funktioniert eigentlich anders. Es sei denn, du machst das ganz bewusst absichtlich, so wie es Schwarzenegger gemacht hat. Und das wirkt da schon ein ganz kleines bisschen fremd, ohne dass du es einordnen kannst. Und ich meine einfach das Gesicht, was der damals auch hatte, ich meine, das ist einfach eine unglaubliche Kante dieser Typ. Ja, ja. Muss ich einfach mal sagen. Ja, der Mann bestand halt aus wahrscheinlich 6% Körperfett, wenn überhaupt. Also da ist natürlich selbst eine Kinnlinie unfassbar definiert plötzlich. Also der ist einfach insgesamt da schon... Also wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, was die alternativen Besetzungen gewesen wären. Und ich bin weiserhin davon überzeugt, dass man wahrscheinlich niemanden Besseren hätte finden können. Besonders auch wenn er so gut wie kein Wort spricht. Also er ist für diese bedrohliche Figur einfach sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Ja. Also schon eine coole Sequenz und ein cooler Einstieg in diesen Film und ein cooler Einstieg von Arnold Schwarzenegger in diesen Film. Vor allen Dingen jemanden mit seiner Physik, den findest du halt auch nicht. Also er war damals der Einzige, der so aussah. Und auch als ich, ich habe jetzt zu Terminator 5 irgendwie eine Doku gesehen und da haben sie auch erzählt, sie haben versucht, da gibt es ja diese Szene quasi nochmal, die ist ja nachgestellt in dem Film. Und da mussten sie jemanden finden, der genau diese Physik von Arnold Schwarzenegger hat. Und das war super schwierig, jemanden zu finden, der so aussah. Also dass sie ihn gekriegt haben und er nun mal so aussieht, ist wirklich einzigartig. Ja, es ist schon beeindruckend. Und ich meine, jeder, der dann so Muskelmänner gut findet, der kommt dann gleich nochmal auf seine Kosten, weil er natürlich komplett nackend an die Brüstung dorthin spaziert und über L.A. rüber guckt. Und allein, also das ist jetzt nochmal das, was wir ja gerade schon hatten, das ist ja auch schon allein so das Panorama mit dieser Brüstung, wo dann auch wieder viele den Wiedererkennungswert einfach haben. Das ist so ein ganz klassisches, ikonografisches Panorama von L.A., was du natürlich siehst. Ich stand da oben schon. Na guck mal. Und ich hatte mehr an, tatsächlich, aus rechtlichen Gründen, muss ich jetzt gestehen. Guten Tag. Ja, natürlich. Aber du warst ähnlich muskulös. Natürlich, natürlich. Das ist ja völlig, steht außer Frage. Ja, und als ich dort ankam, war auch so ein Müllcheap, der hat mich angeschaut und was der Helde ist da rumgerannt. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, denke ich. Aber ja, es ist, also das Panorama ist nicht gefälscht dort, das ist dort einfach so. Ja, da kann man schon, da kann man schon mal rumstehen. Und runter gucken. Ja. Das Lustige ist, also in Anführungszeichen Lustige ist, ich hatte das damals gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist, wie lange wird das jetzt her sein? Irgendwie sechs Jahre oder so. Und ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass ja Terminator dort anfängt. Weil es wäre schon so die Zeit gewesen, wo man schon ein Smartphone hätte, wo man dann so Nachstellenquatsch hätte machen können. Aber das war mir in dem Moment gar nicht mehr so bewusst. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Wir waren auch abends dort oben. Also es ist alles, ich habe alles falsch gemacht. Fast eine Chance, ganz ernsthaft. Was wäre das jetzt für ein Screenshot gewesen für diesen Podcast? Ja, es ist einfach... Ach, Schlingel. Ja, ich habe es einfach verkackt. Ich war da, vor allem, ich war das schon zweimal. Ach. Also es ist einfach sehr, sehr albern alles. Aber ja, so ist es. Ja. Ja, dann haben wir einen Schnitt. Zu den drei Punks. Und diese drei Punks, das ist echt der Hammer, was sie sich da für Stars geleistet haben. Also einer ist relativ unbekannt, Brad Reardon zum Beispiel. Der hat jetzt nicht viel Dolle mitgespielt. Aber Brian Thompson, den kennt man so ein bisschen. Oder Thompson, ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat zum Beispiel nochmal bei Mortal Kombat oder Dragonheart mitgespielt. Und dann der Leader der Punks, natürlich Bill Paxton. Warte mal, ganz kurz noch, was du nämlich unterschlägst, ist, für alle Freunde von Akte X, ist Brian Thompson der Alien-Kopfgeldjäger. Brian Thompson ist welcher von den dreien? Das ist der, der am Anfang durchs Fernrohr guckt und dann rechts... Der mit dem krassen Kinn. Genau, und den etwas eingefallenen Wangen oder stark ausgeprägten Wangenknochen. Und der war dann hinterher der Alien-Kopfgeldjäger, der auch ein Formbandleiher war bei Akte X. Ja, stimmt. Das ist der gleiche Schauspieler. Da war er natürlich ein paar Jahre älter dann schon bei Akte X. Und das ist mir tatsächlich jetzt auch erst beim Rewatch hier für unseren Podcast aufgefallen, weil ich dann eben auf die Gesichter geachtet habe. Bill Paxton kommen wir gleich drauf. Ja, ne, hab ich nicht vergessen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, das Gesicht kennst du auch. Und dann habe ich nochmal nachrecherchiert und Alex und ich gucken jetzt gerade aktuell zur Zeit mal wieder ein paar Folgen Akte X und sind gerade an dem Punkt, wo er das erstmal aufgetaucht ist. Und das war schon ziemlich spooky. Der hat halt auch in wahnsinnig vielen Serien mitgespielt. Also ich gucke mir gerade so seine Liste an. Bei Baywatch hat er irgendwo mitgespielt. Bei Charmed hat er mitgespielt. Ja, ja, genau. Immer so Bösewichte. Bei Californication hat er mitgespielt. Also es gab schon einige Auftritte von ihm. Es ist ein bekanntes Gesicht. Ich habe den jetzt auch nicht einordnen können, aber... So der klassische Supporting Actor oder Bösewicht Actor in Serien. So der Einmal Bösewicht in Serien sehr, sehr häufig. Genau, ja. Einmal Bösewicht, so ein Wegwerfbösewicht. Naja, wie es halt so ist. Wenn du eine Serie hast, wo es irgendwie um Hawaii Five-O zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Da war sogar ein Detektiv, sehe ich gerade. Da war also kein Bösewicht, aber ja. Oder drei Folgen bei Enterprise, also Star Trek Enterprise. Genau. Admiral the Door. Gucke mal. Also bei Enterprise neu. Ja, Enterprise halt. Spannend. Genau. Ja, also in einigen Rollen mitgespielt. Und dann natürlich ja, wie du schon sagst, Bill Paxton. Genau. Der ja später echt berühmt geworden ist, unter anderem durch einen Film von dem fantastischen Regisseur James Cameron, nämlich Aliens. Zum Beispiel. Aber auch andere Sachen, natürlich Apollo 13 und Twister. Sollen wir mal einen Podcast drüber machen, glaube ich. Der hat, also das ist schon ein bekannter Typ, so. Der hat ja übrigens nicht nur im Film Aliens mitgespielt von... Sondern auch überall anders, sehe ich gerade True Lies und Titanic. Ja, genau. Und Titanic hat da mitgespielt, True Lies hat da mitgespielt. Also das ist dann schon so, auch das ist so ein wiederkehrendes Muster, dass James Cameron häufig so Freundschaften auch sehr, sehr lange geprägt hat und Bill Paxton war dann ja hinterher auch bei einem seiner Dokumentarfilme, nämlich als er zur Titanic runtergetaucht ist, mit dabei und ist quasi dann der Laie oder der Mann aus dem Volk sozusagen, so hat es Cameron dann hinterher mal beschrieben, der ihn auf dieser Reise begleiten sollte, um quasi die außenstehende Stimme zu sein. Also auch da hat Bill Paxton mitgespielt und das ist so eine von den Freundschaften, die sich so ganz lange durch das Schaffenswerk von James Cameron am Ende zieht. Aber sicherlich in Aliens 2 so mit seine größte Rolle dann in einem Cameron-Film. Man muss das mal aus einer anderen Richtung betrachten. Es ist natürlich auch wahnsinnig reizvoll, wenn du als Regisseur schon mal mit jemandem gearbeitet hast und mit dessen Arbeit zufrieden warst. Natürlich fragst du den dann noch für andere Dinge an, wenn er irgendwie für die Rolle passt oder so. Ich meine, gut, das war jetzt eine sehr kleine Rolle hier, dieser Punk, aber vielleicht ist er einfach aufgefallen oder er stand einfach auf einer Liste und dann war er im Kopf von Cameron und deswegen hat er dann halt die anderen Rollen gekriegt. Je besser er dann in jeder natürlich spielt, desto mehr im Kopf ist er und desto häufiger kommt er vor. Das ist natürlich auch ein logischer Schritt, sag ich mal. Ich meine, wir haben ja von Tommy Krabbeis zum Beispiel erfahren, dass er auch Freundschaften schließt und die dann halt auch behält und vielleicht ist es so ein Regisseur-Ding, ich weiß es nicht. Ich kenne ja so viele Leute. Ja, also er passte ja auch jeweils in die Rollen, die er gespielt hat. Also das Interessante ist natürlich, dass man ihn in Aliens überhaupt nicht wiedererkennt. Also wenn man das jetzt nicht so lange angetriggert hätte, also heute, also hier mit den stacheligen blauen Haaren, die er da gerade am Kopf hat, das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus. Und da sieht man übrigens auch wirklich am Outfit dieser Punks, dass wir uns deutlich in den 80er Jahren natürlich befinden. Definitiv, ja. Genau, der Typ, dessen Name jetzt quasi irrelevant war, weil der einfach sonst nicht viele Rollen gespielt hat, der trägt das Outfit, was später nämlich Anna Schwarzenegger tragen wird. Deswegen, ich finde das ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, diese Jacke, die er trägt, die ist ihm auch viel zu groß. Der Brunner noch mehr. Weil da passt ja später der Arnold Schwarzenegger rein. Das sieht ein bisschen strange aus. Ja, aber ich glaube, das ist schon okay. Also für die Zeit ist das ja völlig in Ordnung und so hätte ich mich jetzt gar nicht daran gestört, dass er eine Jacke hat, die ihm wirklich viel, viel, viel zu groß ist. Also ich erinnere mich an meine Jugendzeit. Klar, das war dann natürlich noch mal ein bisschen später, muss man ehrlich gestehen. Aber da war es jetzt ja auch nicht ungewöhnlich, irgendwie XXL-Klamotten zu tragen. Aber muss er da nicht, also ich glaube, Ani und der Typ, das müssen vier Kleidergrößen ein Unterschied sein. Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch einfach billig. Arnold Schwarzenegger muss irgendeine Jacke kriegen und dann zieht er halt einem von denen an. Und das sind halt alles, im Vergleich sind das halt alles Fliegengewichte. Ja. Also hilft ja nichts, als dass die Jacke dann groß aussieht. Mhm. Genau. Und die machen das, was Punks halt immer so machen, die streiten sich aus Spaß irgendwie hier um so ein Fernrohr. Und dann sagt Brian Thompson, guck mal, was ist denn das für ein Typ so? Ja. Dann kommt Arnold Schwarzenegger an. Ah geil, übrigens, Billy Paxton hat so eine LKW-Spur auf dem Gesicht. Das ist ja, das ist so albern. Das ist so albern. Ja. Und da ist das ja, was Schlinger letztes Mal schon angedeutet hat. Wenn man da so ein bisschen guckt in einer guten Auflösung am Rechner, dann sieht man durchaus nicht, also schon, dass da was schlackert bei Herrn Schwarzenegger. Ja. Und zwar der Speckbauch. Also der ist offensichtlich wirklich nackt rumgelaufen. Ja, ja. Ja, also haben wir schon besprochen. Das war schon überraschend. Also ich weiß nicht, wie es damals im Kino war. Aber da hat man den steirischen Burm, hat man da schon gesehen, den der Mann da mit sich rumträgt. Wie er im Wind weht. Das ist schon lustig. Ja, das stimmt. In der Tat, ja. Die Beleuchtung ist doch gut genug. Ja. Definitiv. Ich glaube, auf meiner DVD, die ich von dem Film habe, würde ich das aber, glaube ich, nicht sehen. Eher nicht, nein. Ich glaube, das ist hier die Auflösung dann schon auch ein Stück weit. Also ich frage mich ja, ob Ihnen das damals egal war. Und Sie gesagt haben, naja, das siehst du dann am Schluss eh nicht. Versendet sich. Oder, ja, hätte gut sein können. Oder ob das gewollt war. Also es kann ja gut sein, dass du das, der ist ja wahrscheinlich auch irgendwie 70 Millimeter oder sowas gedreht worden in 70 Millimeter. Also der ist jetzt auch nicht, worauf du ihn auch sagst. Ei, 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 meine Herren. Sie wissen, was ich sagen möchte. Das sind 70 Millimeter. Ja. Kann ja mal jemand nachwissen. Im Kreisbildformat haben sie den Film geschossen. Genau. Und also die Möglichkeit besteht natürlich, die Möglichkeit besteht natürlich schon, dass das, dass man gesagt hat, naja, der ist da halt nackt und dann, und wir sehen da jetzt ein bisschen sein Ding. Und das ist okay für uns. Könnte ja auch sein. Wer hat das gesagt jetzt? Er? Weil im Grunde ist es ja eher so seine Entscheidung. Und ich nehme an, Arnold Schwarzenegger hat einfach gesagt, du weißt du was, ich sehe nie besser aus als jetzt. Warum nicht machen? Ja, kann schon sein. Gut, gut denkbar, ja. Der war R-Rated eh in den Staaten, oder? Nehme ich mal an. Ja, nicht deswegen, oder? Nein, aber ich gucke mal gerade, ob man das Rating hier irgendwo gerade sehen kann. Ich bin gerade auf der IMDB am Rumsuchen. Certificate 16. Aha. Ah, jetzt sehe ich gerade, da steht ja das Griffin Observatory im Hintergrund, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, na klar. Ist auch ein schönes Gebäude, kann ich empfehlen. Okay, also in Deutschland war er immer ab 18 freigegeben, beziehungsweise die von Anfang bis 2010 war es die geschnitte Weltrunde, also sind wir nochmal darauf hingewiesen worden, weil er quasi in der ungeschnittenen Version auf dem Index gelandet wäre. Und in den Vereinigten Staaten war er, ja, R. Ja, also Rated R for Sex and Nudity, Violence and Gore, Profanity, Alkyl, Drug Smoking, Frighting and Intense Scenes. Also da scheint einiges drin zu sein in dem Film. Gut. Ja. Also R for Restricted, ist das dann in den Staaten, oder? Nicht Retarded, das war bei GTA. Ja doch, bist du. Genau. Ja, und den drei Punks ist jetzt gar nicht so bewusst, also die halten ihn halt für einen Spinner. Also, trotzdem mutig, weil ich meine, in dem Moment, wo so ein komplett nackter Schrank auf dich zukommt, also der ist jetzt ja, ist jetzt nicht der, der… Ist kein Hempfling. Ja, genau, das kann man sagen. Genau. Und, naja, aber gut, offensichtlich hat Bill Prömer ja schon mal Erfahrungen mit einem LKW gemacht. Paxen, die schmeißen nicht immer die Leute durcheinander an. Paxen, ich kenne auch einfach niemanden, das ist mein Problem. Ich muss das mal ablesen und bin nur bis P. gekommen. Stimmt. Ach, das waren verschiedene Leute. Alles dasselbe. Oder auch Lone Star bei Spaceballs. Naja gut, jedenfalls versuchen die Punks dann halt hier diesen Sylvester Stallone zu ärgern. Richtig. Das hätte jetzt Adrian nicht lustig gefunden. Leute. Adrian Conner. Ei, 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 ei. Genau. Und machen halt… Und das Witzige ist halt, er reagiert erstmal so, wie man das damals von Computern kannte. Also er kriegt einen Input, nämlich der Punk sagt zu ihm, nice night for a walk, ey. Und er wiederholt das einfach. Nice night for a walk. Und dann sagt der Punk halt, ja, offensichtlich war heute das Waschtag, deine Klamotten sind alle dreckig. Und er wiederholt auch das. Sondern, ähm, also, ne, es ist einfach sehr offensichtlich so, dass er sich wie eine Maschine benehmen möchte. Und sehr schön ist dann der Satz von Bill Paxton, den ich in verschiedenen Variationen kenne. Er sagt am amerikanischen Augen, er sagt ja, I think this guy's a couple cans short of a six pack. Also nicht alle Tassen im Schrank, nicht alle Dosen in einem Sixpack-Bier. Ja, okay. Eine andere Formulierung in den Staaten, die er gerne benutzt wird, ist one fry short of a happy meal. Also eine Pommes ist zu wenig für ein Happy Meal bei McDonalds. Und das ist halt auch so eine schöne Formulierung. A couple of cans short of a six pack. Also, er hat nicht alle Latten am Zaun, ne, so salopp übersetzt. Und dann kommt ja das erste Mal der erste Satz von Arnie, äh, also vom Terminator. Deine Sachen gib sie mir. Ja, also der sagt dann das erste Mal wirklich was. Und es ist tatsächlich relativ gut, dass er so wenig kurze Sätze hat, weil es fällt nicht so krass auf. Er redet ein bisschen komisch, aber du hörst halt das Steilrische nicht so ganz raus. Genau, also spätestens, wenn du irgendwie, wie hieß es damals, Hercules in New York zum Beispiel gesehen hast. Den hat niemand vorher gesehen, den Film. Nein, den hat niemand gesehen. Den haben wir alle erst hinterher gesehen, ja. Ja, aber, also wenn du ihn mal gesehen hast, das ist schon, ist schon eine Welt, also ein Weltenunterschied. Man kann sich ja einfach in dem Moment eine Rede, in Anführungszeichen, musst du nicht mal, sondern es ist halt eine Maschine. Aber haben sie bei Hercules in New York ihn nicht in der ersten Fassung des Films komplett synchronisiert? Ja, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Die Originalfassung ist auch einfach nur aus Comedygründen existiert die, glaube ich, was sonst keinen. Ich wollte gerade sagen, weil da hat man ihn einfach nicht reden lassen. Und in besonderer Weise übrigens für die deutsche Fassung von Terminator, also für die Synchronfassung, wollte der Filmverleih nicht, dass Arnold Schwarzenegger es spricht. Weil dafür war sein österreichischer Akzent dann im Deutschen auch zu stark. Das heißt, man hat dann einen anderen Synchronsprecher engagiert. Das wäre ja denkbar gewesen, dass er die deutsche Tonspur selber einspricht. Das wollte der Filmverleih aber nicht. Ja, ich kann das aber verstehen. Also wenn man sich sämtliche Filme mit Diane Kruger zum Beispiel anguckt, die ja auch irgendwie Deutsch spricht, die sich dann halt auch selbst vertont im Deutschen. Das funktioniert einfach nicht, weil gute Schauspieler sind nicht unbedingt auch gute Synchronsprecher. Das kann gut sein, ja. Ich habe von Diane Kruger, also Diana Heidkrüger, wie sie ja eigentlich heißt, glaube ich, habe noch nie eine deutsche Synchronfassung angeschaut, tatsächlich. Ich habe einen von diesen Buchfilmen mal mit ihr gesehen. Und den auf Deutsch. Und dann war das einfach sehr offensichtlich, dass sie sich selber gesprochen hat und das einfach so gemacht hat, wie sie es eben im amerikanischen Original auch getan hat. Aber das funktionierte im Deutschen nicht. Könnte ich mir vorstellen, ja. Also auf der anderen Seite muss man ja schon fairerweise sagen, der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger im Deutschen in dem Film ist jetzt, das ist jetzt nicht der schlechteste Synchronsprecher, den man sich aussuchen kann. Und der funktioniert da auch relativ gut. Also dieses, ich nehme ihm hier auch dieses, ich bin eine Maschine, relativ, ja, ohne Probleme ab. Naja, das ist ja schon so, dass Arnie amerikanisch dann insbesondere ja später ein absoluter Kult insbesondere dann ja unter Schülern in den Vereinigten Staaten geworden ist. Also es gab ja Zeiten in den 90ern, wo es unter amerikanischen Schülern total cool war, so wie Arnold Schwarzenegger zu sprechen, weil es einfach so abgefahren geklungen hat natürlich für die Amerikaner. Das war dann voll hip. Hier bei Terminator 1 war es halt noch so ein bisschen ein Problem. Und bei Conan the Barbarian übrigens, da hat man es dann ja auch einfach so laufen lassen, weil es in einer anderen Welt gespielt hat. Und wenn er da von The Lamentation of the Women gesprochen hat, war das halt auch noch okay. Aber es ist natürlich, wer sich Conan the Barbar mal anschaut im Original, das ist schon auch absurd, was er da so von sich gibt. Vielleicht mal einen Cent. Aber so ist es mit dem Arnie. Definitiv. Ja, nachdem er dann also jetzt ankündigt, dass er gerne die Kleidung hätte, lässt Bill Paxton sein Jumping Knife, wie sagt man, Springmesser, rausfluppen und sagt, zumindest im Original, farbenfroh, fick dich Arschloch. Ja. Und die anderen beiden haben natürlich auch sofort ein Springmesser zur Hand. Interessant finde ich übrigens hier an dieser Stelle, dass Bill Paxton sich so eine Zahnlücke vorne drauf gemalt hat. Ja, ja. Um funkiger zu wirken. Naja, also wahrscheinlich sollte er eine Zahnlücke haben. Und ich meine, das ist ja so der Go-To-Film-Trick, um jemandem eine Zahnlücke zu geben, ist halt ein Zahnschwarz anzumalen. Ja. Oder dann ein schwarzes Tape draufzusetzen. Und dann sieht es halt, je nachdem, wie weit man von dieser Person weg ist, sieht es auch nach einer Zahnlücke aus. Und das funktioniert ja in den ersten Shots auch noch ganz gut, wo sie zu dritt irgendwie sichtbar sind und irgendwie in der amerikanischen, also irgendwie Hüfte aufwärts zu sehen sind. Da ist es völlig in Ordnung. Zumindest, also jetzt in der HD-Version davon. In dem Moment, wo du halt dieses seitliche Close-Up von ihm hast, funktioniert es halt nicht mehr. Ja. Dann siehst du halt eine volle Kanone, okay, das ist halt ein schwarzer Zahn oder ein geschwärzter Zahn. Und dann macht es natürlich, ja, dann ist es nicht mehr so. Also dann glaube ich das einfach nicht mehr. Und an dieser Szene, wo er gerade sagt, fuck you, asshole, da sieht man halt auch nochmal den Brian Thompson. Und der hat eine sehr ähnliche Mundpartie wie Arnold Schwarzenegger auch. Möglicherweise auch, um Arnold menschlicher wirken zu lassen oder um da vielleicht eine gewisse Konkurrenz zu schaffen, ich bin mir nicht so sicher, weil sonst Schauspieler findest du wahrscheinlich auch nicht überall. Ja, vielleicht damit er nicht ganz so fremd wirkt. Also die Idee war ja natürlich, dass der Terminator eigentlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, sich tarnen sollte, unauffällig sein sollte. Und jetzt hast du halt einfach so eine zwei Meter große steirische Eiche, deren Oberarme wahrscheinlich so dick damals waren wie mein Oberkörper oder so. Und klar, wenn du da mit Brian Thompson jemanden hast, der zumindest diese Kinnpartie, diese Physikonomie auch im Gesicht hatte, fällt Arnold in dem Moment vielleicht dann nicht so sehr auf mit seiner Physikonomie. Könnte durchaus sein, dass man ihn absichtlich für die Rolle deshalb besetzt hat, ja. Gut, aber das ist, da müsste man jetzt nochmal mit dem Casting Director des Films sprechen. War eine Frau. Ich hab den Namen nicht gelesen, aber war eine Frau. Nicht präsent, aber war, ja ja klar, aber man müsste sie jetzt natürlich fragen. Ich hätte kurz verstanden meine Frau und war es im Moment sehr beeindruckt. Nee, 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 die war damals auch noch nicht so richtig alt. Und was dann halt witzig ist, ist, dass Arnold einmal kurz guckt, dem einen einfach so links ja irgendwie was ans Gesicht haut, der fliegt weg. Bill Paxton packt er unter das Kinn und schmeißt ihn mal locker. Oh, ich sehe gerade, wie Arnold Schwarzenegger Bill Paxton's Kinn fasst. Der hat eine Pranke, das ist unfassbar. Schon groß, ne? Und was ich auch interessant finde, ist das akustische Element in dieser Szene, weil nämlich so sehr, sehr hochfrequente Streicher hier spielen. So sehr schrilles Stakkato und die Schläge, die Arnold Schwarzenegger austeilt, werden bis zu dem Moment, wo der Dritte dann gegen die Wand geschmissen wird, sind es quasi nur musikalische Elemente. Geräusche, ja, ja. Was ich irgendwie spannend finde. Ja, und Bill Paxton schmeißt er halt hinten zwei Meter weg oder so. Und der Dritte, Brian Thompson, dem geliebt es dann tatsächlich mit dem Messer Arnold zu stechen. Ja, daraufhin sticht Arnold ihn dann direkt mit der Faust. Ja, das bereut er natürlich bitterlich, weil Arnold ihn quasi mit der Faust, erstmal so wie es ja aussieht, in die Brust schlägt, ihn dann hochhebt. Man hört es dann so ein bisschen geräuschtechnisch. Und was man dann sieht, ist, dass Arnold Schwarzenegger ihm das Herz rausgerissen hat aus der Brust. Nö, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Nein. Er hat einfach relativ tief in den Brustkorb reingeschlagen. Also ich habe das auch so gesehen, aber vielleicht auch nur, weil ich das so sehen wollte. Und dann holt er halt seine blutige Faust da wieder raus, so. Aber hat er nicht was in der Faust drin? Hätte ich jetzt behauptet, ja. Gucken wir nochmal genau hin. Lass mich mal gucken. Ne. Das ist doch nur eine blutige Faust. Das ist deine Faust. Ich meine, du siehst sie ja vorher in dem Moment, wo er das Kind von... Aber über dem Daumen ist doch noch was, was du rausguckst. Ne, das ist... Nein, das ist der Daumen. Ich glaube nicht. Also abgesehen davon müsste er dann ja auch irgendwas mit diesem Herzen tun oder so. Aber es passiert ja dann auch nichts mehr damit. Also es ist natürlich ein Argument. In dem Moment, wo er tatsächlich das Herz rausgerissen hätte, hielte ich es für wahrscheinlich, dass man das nochmal benutzt hätte. Und es ist tatsächlich, also ja, wer es noch 15 Mal anguckt, ist es vermutlich wirklich einfach nur sein Daumen, der da in der Faust steht und auch mit Blut bekleckert ist. Jedenfalls ist er relativ unelegant gestorben, dieser Punk, woraufhin dann der Letzte dann auch sich nicht lange bitten lässt, um seine Klamotten auszuziehen, was nun zufällig genau die sind, die an Arnold Schwarzenegg auch passen. Wobei es ja nicht klar ist, ob Bill Paxton tot ist, ne? Der ist, glaube ich, auch nur ausgenockt, ne? Ja, das stimmt. Aber er hat halt leider die Jacke an, die Arnold passt. Und ja, es wird da relativ deutlich, dass Arnold die Jacke gibt und wir wissen aber nicht, ob er die beiden anderen Punks nicht auch noch um die Ecke bringt. Das wissen wir nicht. Das wird auch offen. Ja, und damit haben wir irgendwie den Auftritt von Arnold Schwarzenegger durch. Sind jetzt so sechs Minuten im Film und haben festgestellt, dass der nackte Österreicher irgendwie jetzt nicht so der Sympathischste offensichtlich ist. Was? Ja, der ist, ich finde seine Darstellung von der Maschinenartigkeit hier in dieser Szene ziemlich gut. Also, wir haben das ja erwähnt mit den Augen, mit dem Wiederholen von den Sprüchen und auch seine Bewegungen sind einfach geradlinig und schnörkellos. Und das ist genau das, wie ich auch vermuten würde, dass man eine Maschine darstellt, wenn man sie nun einmal darstellen möchte. Ja. Ja, und der ist also so völlig aufs Ziel fokussiert, ne? Hm, ja. Ich brauche Klamotten. So. Und das setzt er dann mal einfach schnell um, dass er Klamotten braucht. Ja. Möglicherweise auch deswegen erst, weil er gesehen hat, okay, die anderen Leute tragen alle welche. Ja. Ja, wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der, dass er das unter Kontrolle hat. Also, dass, also, diese Information, ob das jetzt, ob das jetzt, ähm, ne, ob das jetzt damals normal war, Klamotten zu tragen, weil es ist ja nicht so, als wäre, als wäre in der Zukunft, die haben wir ja auch, die sehen wir später auch nochmal, da tragen die, die Rebellen ja auch Kleidung. Ja, gut, ja, okay, statt. Also, insofern, und er ist ja eine Infiltrationsmaschine, ne? Also, es ist ja, es ist ja so, dass er sich dann ja im weiteren Verlauf des Films auch ausstattet, also Klamotten ist das eine und dann geht er ja hinter sich auch noch Waffen organisieren. Also, ich glaube, es ist schon so das Programm, äh, ähm, in Anführungsstrichen unauffällig zu agieren, äh, das Ziel zu finden, sich mit Waffen auszustatten und dann eben seinen Auftrag auszuführen in der Vergangenheit. Und wie wir ja später dann irgendwann erfahren, muss er halt dafür erstmal nackig sein, um diesen Auftrag auszuführen zu können. Und was halt sehr schön ist, in dem Moment, wo dieser Typ hier so in die Knie geht und Arnie jetzt dann eben seine viel zu große Jacke anreicht, im Prinzip, so nachdem man, okay, nimm's, lass mich leben, hören wir ja schon eine Polizeisirene. Ja, wieder ein schöner audiovisueller Effekt. Genau, ne, also so ein Übergang, also man weiß jetzt gar nicht, also man könnte ja erwarten, dass diese Polizeisirene jetzt da am, äh, Observatorium ist, aber, wie wir jetzt sehen, kommt ein Schnitt und das Polizeiauto fährt halt, offensichtlich durch Downtown Los Angeles, das heißt, wir sind jetzt woanders und selbst der Zuschauer, der, ähm, sich dann, der mit der Topografie in Los Angeles nicht auskennt, schnallt irgendwie, dass wir, glaube ich, jetzt da sind, wo Arnie runtergeguckt hat und nicht mehr da oben, würde ich mal behaupten. Naja, das war ja ziemlich einsam da unten und hier laufen einfach irgendwie, ist bewohnte Straße und Innenstadt und da laufen Leute lang und so, also. Was, was mir hier übrigens sehr, sehr gut gefällt, äh, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen darf, ist, ähm, und das ist ja so eine Geschichte, 80er Jahre Vereinigte Staaten, auch ein Stück weit ein Problem, äh, gewesen in der Zeit, so dieses Abgefuckte von bestimmten Bereichen von amerikanischen Großstädten. Ja. Und das bekommen wir hier sehr, sehr schön, äh, gezeigt, ne, so ein, so ein streunender Hund, ne, so eine, so eine Nebenstraße, die voll mit Müll liegt. Das ist echt krass, ja. Was ja insbesondere für so einen, für so einen, äh, Deutschen wie, wie uns ja eigentlich komplett unvorstellbar ist, weil kaum jemand so, was aussieht in, in Deutschland. Ähm, ähm, und ich weiß nicht, wie das heute in den Staaten ist, Schlingel, du sagst, du warst in Los Angeles mehrere Male vor, vor nicht allzu langer Zeit, wahrscheinlich auch nicht mehr. Das sind aber nicht die Orte, wo man hingeht, als du bist. Also, du fährst ab und zu schon noch durch echt abgefuckte Ecken rum, aber so schlimm habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Also, es gibt Ecken in, in New York City, die noch echt fies aussehen. Ja. Also, die, äh, meistens sehen die Sachen aber so fies aus, weil die Amerikaner in den Großstädten nicht in der Lage sind, ihr, sinnvoll ihren Müll zu sammeln für die, für die Müllabfuhr, sondern da, die einfach säckeweise vor die Tür geworfen werden und natürlich ist ein Sack, in dem Müll drin liegt, der ist natürlich auch nur so lange ein geschlossener, Sack, bis deine Ratte den Aufkommen bissen hat und dann ist natürlich in dem Moment, wo... Was, es gibt Ratten in New York? Ein, zwei habe ich da schon mal gehört, dass es dort gibt. Genau, und in dem Moment, wo du, wo halt so ein Sack offen ist, dann fliegt da halt auch Müll rum und dann sieht es da halt auch so aus. Und wenn du dir jetzt aber mal diese Ecke anguckst, da kommt jetzt halt auch keiner zum Aufräumen. Und da ist dann auch nicht, dass hier die Nachbarschaft sagt, wo hast du was? Jetzt am Samstag, da machen wir einen Ramadama und räumen mal so richtig schön die Nachbarschaft auf. Sondern die Nachbarschaft dort ist wahrscheinlich eher so, ja, Dude, am Wochenende, da setze ich mir nochmal einen Schuss. Und es gibt sicher Ecken, die ähnlich attraktiv heute noch sind. Wobei ich halt glaube, dass die Menge geringer ist. Ja, also wir befinden uns hier jetzt zumindest, das können wir festhalten, in einem nicht so sauberen und angenehmen Viertel von Los Angeles. Und wobei wir ja sagen müssen, wir sind hier ja offensichtlich an, ich erkenne es leider nicht, an jetzt nicht irgendwie so eine 0815 Straße am Arsch der Welt. Sondern hier laufen ja Leute, also laufen Leute lang, hier läuft so ein Pärchen lang und da stehen ein paar Jungs rum und quatschen oder verkaufen sich gegenseitig Drogen. Man weiß es nicht genau. Man kann Espresso und Cappuccino da kaufen. Also das ist jetzt sicher nicht keine von diesen abgefuckten Gegenden, die ich halt aus der Fahrt zum Flughafen zum Beispiel kenne. Also von daher, das ist schon, also dass du jetzt direkt an so einer halbwegs sinnvollen, größeren Straße sowas Fertiges siehst, halte ich für heute nicht mehr so realistisch. Ja. Ja. Aber funktioniert natürlich nicht so gut, wenn das woanders wäre. Ja. Ja, was wir dann jetzt erleben ist eben, dass die Kamera Von der reiten Grasse eben von, genau, also da wo das Polizeiauto langfährt, das ist halt die große Straße und dann fährt die Kamera so einen leichten Schwenk an so einem Hund und vorbeigehenden Passanten vorbei in so eine kleine Gasse. Und da sehen wir die bekannten Blitze, die wir eben schon kannten, gesehen haben und einen Menschen, der offensichtlich meint, die Straße sei der richtige Ort, um sich zu betrinken. Und warte mal ganz kurz noch, hier sehen wir das nächste Mal wieder ganz geschickt, also da sehen wir glaube ich auch, dass die grundsätzliche Idee, die Cameron für diese Zeitreise hatte, sich auch nicht verändert hat. Ja, genau. Wenn die Blitze anfangen in der Gasse, siehst du das so ungefähr in der Höhe von, na sind es zwei Meter ungefähr? Wahrscheinlich nicht so was in der Größenordnung. So in der Größenordnung. Blitze sich um, ja wie so ein zwei Meter großes. So ein Kreis, ja. Kreis oder dann wahrscheinlich ist es ein Ball letztendlich ins Pheroid bilden. Sehen wir natürlich jetzt hier noch nicht, aber ja, genau. Es sind aber auch mehr so sechs Meter hoch. Findest du? Ja, weil der wahrscheinlich größer ist und weiter weg ist. Ist das nicht ein Balkon da rechts? Also ja, ich schätze schon, dass das eher sechs Meter sind. Ja, es ist der erste Absatz von so einer Feuerleiter. Ich weiß nicht, wie hoch die drüber über dem Boden sind. Das ist so ein Feuerleiteraufbau, wie wir nachher ja noch sehen. Also der erste Ding. Also, Lirumlarum, wie viele Meter es sind. Aber wir sehen, dass sich da so um einen Kreis, um irgendwas Blitze bilden. Und dann, wie du schon sagst, sehen wir dann aber den Obdachlosen, der ja offensichtlich leicht angetrunken da liegt. Mit der klassischen Flasche in einer braunen Papiertüte. Und auch hier haben wir wieder den Jedermann, in Anführungsstrichen, der jetzt auf das Außergewöhnliche reagiert. Und der hat jetzt ja ganz offensichtlich nicht so richtig Angst, weil der hat sicher ein, zwei Schlückchen schon getrunken. Der ist so ein bisschen, so was passiert hier. Also bei ihm könnte man auch hier ein What the Hell erwarten, aber das kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr geradeaus raus. Man hört ihn ja am Anfang so ein bisschen lallen. Also, naja. Ah, wir sind hier übrigens 107 Broadway sind wir. Habe ich auch gerade gesehen, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, es ist schon ziemlich city-nah. Also jetzt auch nicht direkt am Ende der Welt. Genau, es steht nämlich auf dem Müllcontainer drauf. 107 Broadway. Diese Szene hier mit diesen Blitzen, die ist relativ lang. Also, wir sehen schon ziemlich viel Kram durch die Gegend fliegen und ziemlich viele Blitze durch die Gegend fliegen. Und aber auch hier wieder geschickt die Effekte gewählt. Wir sehen nicht den tatsächlichen Moment, wenn Michael Biehn endlich das Licht der Welt erblickt, also dieser Welt, sondern das passiert offscreen. Und wir sehen ihn quasi nur, wie Mr. Biehn auf dem Fußboden fallen. Mhm, genau. Und gelöst ist das Ganze halt durch einen ganz hellen Lichtblitz, der das eben verbirgt für uns. Also, es gibt so einen ganz hellen Moment und da muss er sich offensichtlich irgendwie materialisiert haben. Wir wissen aber halt nicht, wie. Genau. In dem Fall. Und dann fällt er halt auf den Fußboden und sieht schon erheblich uneleganter aus, als Arnold Schwarzenegger das tat. Abgesehen davon ist er nur halb so breit, aber dafür genauso nackt. Und so ein bisschen, wie sage ich das, also schon muskulös, aber er wirkt ein bisschen ausgezerrter. Ja, definitiv. So, ne, also mehr so, weiß ich auch nicht. Und was man dann sieht, und das habe ich am Anfang immer erst falsch gedeutet, ist, als er sich dann so aufrichtet, so langsam, sieht man unter seinem linken Schulterblatt Narbengewebe. Ja. Und ich habe immer gedacht, das wäre jetzt irgendwas von diesen Blitzen gewesen oder so, und es wird ja erst hinterher in der Geschichte deutlich, dass das eben Narben aus dem Krieg in der Zukunft sind, die wir da sehen, die sie ihm da drauf geschminkt haben, um einfach zu zeigen, dass er ein Soldat ist, der im Krieg gewesen ist. Und das ist aber hier schon in der Eingangssequenz, in seiner Auftrittssequenz mitbedacht, das finde ich relativ spannend. Ja. Weil ich mich halt gewundert habe, also sein Auftritt ist jetzt ja komplett anders als der von Arnold. Und Arnold relativ elegant, knien, kommt hoch, guckt, und er fällt halt irgendwie vom Himmel auf den Beton. Auf die Seite. Genau, und kommt erstmal hoch und macht, und man denkt, was ist mit dem? Und man sieht diesen Namen und denkt, irgendwas ist doch da jetzt komisch, ne? Also das ist so sehr, sehr irritierend, seine Ankunftsszene, finde ich. Ja. Das verrät schon relativ viel, was man als Zuschauer in diesem Moment eigentlich noch nicht wissen sollte, so. Ja. Nämlich, dass er der Gute ist und Arnold Schwarzenegger der Böse. Ja, und er ist halt auch ein Mensch, ne? Genau, dass er eben der Mensch ist, so. Wir wissen halt auch nicht, ob er sich jetzt vor Schmerzen krümmt, weil der Schütturz so schmerzhaft war oder weil einfach die ganze Prozedur auch irgendwie problematisch für seinen Körper ist, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Denkbar wäre es. Also, ich meine, dass Arnold die Maschine ist, wissen wir ja tatsächlich einfach nicht und wir wissen nicht, dass er der Gute ist und wir werden da ja auch noch jetzt eine Weile im Umklang lassen. Beziehungsweise sogar auf eine falsche Fährte geführt, weil er bedrängt ja jetzt, also wenn wir nochmal zurückspringen, Arnold kommt halt da oben an, läuft einfach auf diese Typen zu, redet mit denen und die sind halt, die sind uncool, ne? Die machen ihn blöde an, bedrohen ihn, also sie, also die initiale Gefahr geht ja jetzt erstmal nicht von, also zumindest glaubt man das nicht von ihm aus, sondern von den drei Punks. Und hier ist es ja anders, also da liegt jemand, der offensichtlich obdachlos ist und nichts hat, außer irgendwie eine Flasche und ein paar Klamotten in der Hand und er wird gleich mal von dem Typen, der da angekommen ist, beklaut. Wobei, lass ganz kurz nochmal stoppen, weil, bevor wir an dem Punkt sind, was wir hier auch wieder haben, ist, dass er sich ja dann aufrichtet und du hast für einen ganz kleinen Moment einen ganz ähnlichen Close-Up wie bei Arnold Schwarzenegger. Also er ist ja im Moment still und die Kamera ist auf einer ganz ähnlichen Aufnahme wie es auf Arnold Schwarzenegger ist, als Arnold Schwarzenegger dann von links nach rechts guckt und er ist halt anders, ne? Er hat Schmerzen, er stolpert dann zur Seite und auch das ist nochmal anders. Also schon filmisch hätte es da jetzt ja irgendwie weitergehen können wie mit Arnold, tut's aber nicht, sondern er wangt dann so zur Seite weg und dieses Scannen kommt hier halt nicht, obwohl die Ausgangssequenz quasi gespiegelt ist. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Genau, und dann geht er halt so ein bisschen zur Wand und zeigt nochmal richtig schön seine Plastiknamen, damit wir die auf jeden Fall gesehen haben. Genau, also zwei Stück auch dann irgendwie offensichtlich, ne? So sieht man jetzt sogar wahrscheinlich so Einschüsse oder was das darstellen soll, ne? Keine Ahnung, weiß man nicht. Und wir sehen natürlich auch in dieser Sequenz, dass er jetzt auch kein Typ ist, der in seiner Freizeit grundsätzlich immer mit einem Bier auf dem Sofa liegt. Genau. Und was wir dann haben, er fängt dann ja an so loszulaufen, also er hat irgendwie sofort den Gedanken, hier muss ich jetzt weg. So ganz leise wie der Brad Fiddle, der so mit Keyboards reinkommt, ne? Mit so etwas tieferen Keyboard-Sounds, die so etwas treibend reinkommen. Also das ist schon ganz cool. Ja, ja, in der Tat. Ja, dann läuft er eben jetzt auf den Obdachlosen darauf zu, der ihn halt leicht angetrunken fragt, hey, hast du auch gerade ein richtig helles Licht gesehen? Ja. Und wir erfahren ja gar nicht die Antwort, sondern der nächste Szene ist dann wie ein Polizeiwagen Los Angeles vorfährt und man sie wieder in der Hose anzieht. Wir gehen einfach davon aus, dass er sich sehr lange sehr philosophisch mit diesem Menschen unterhalten hat. Und ihn davon überzeugt hat, dass er ihm seine Hose gibt. Richtig. Nein, er hat ihm natürlich einfach die Hose geklaut, was ein ziemlich interessanter Move ist, weil er natürlich zum einen jetzt keine Unterhose trägt und zum anderen frage ich mich, wie das physikalisch vonstatten gegangen ist, weil dieser Typ war ja offensichtlich relativ besoffen, weil der hat ja den Satz kaum rausgekriegt. Ja. Und er hat sich gedacht, ich brauche die Hose dringender als du, gib sie mir einfach. Und schreckt, ja. Ist schon eigenartig. Der Film passiert dann halt auch da wieder in deinem Kopf, ne? Das ist auch eine gute Verdichtung der Geschichte einfach, ne? Also, das ist halt Hollywood, ne? Es funktioniert in dem Moment, wo du es schnell siehst, verstehst du, was passiert ist. Und interessanterweise ist ihm jetzt ja sofort die Polizei auf den Fersen. Das hat ja Arnold Schwarzenegger nicht gehabt. Und das war ja irgendwie unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Hier sehen sie ihn gerade, wie er sich die Hose anzieht. Und es ist klar, da ist was schiefgelaufen. Und der Obdachlose weist dann den Polizist dann nochmal darauf hin, dass der Hurensohn ihm seine Hose geklappt hat. Also man muss natürlich sagen, der Ankunftsort vom Terminator ist natürlich deutlich klüger gewählt als der hier. Weil wir sind hier natürlich einfach mitten in der Stadt. Und ich meine, der Opening Shot dieses Teils der Story, der fängt halt an mit einer Polizeisirene und einem Polizeifahrzeug. Weist halt auch nochmal darauf hin, es gibt hier eine Präsenz von Polizei. Eins und eins bedeutet, dass da vielleicht Polizei ist, wenn man sie braucht. Ja. Genau. Das steht ja auch auf dem Auto dann direkt drauf. Also to care and to protect ist ja der Witz aus Terminator 2 übrigens. Das steht ja auf diesem Auto, also steht ja im Grunde auf allen, auf allen Polizeiwagen in den USA damals drauf. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch die Vermutung, dass er möglicherweise der Böse ist. Zumal er jetzt ja auch eine böse Tat begangen hat. Ja und abhaut, ne? Ja, genau. Und wir haben dann jetzt eben, während er wegläuft und der Präsident Herr Merloff dann wirklich jetzt die Keyboards, wie sie schneller werden. Dann wird es auch ein bisschen atonal. Also wirklich schon so ein bisschen ein merkwürdiger Soundtrack auch, ehrlich gesagt. Ja. Also glücklicherweise hat der Obdachlose auch weiterhin noch eine lange Unterhose drunter. Immerhin, genau. Ein Beispiel, da liegt da viel Dreck rum. Es ist wirklich hartstatt. Der Hammer, ne? Ja. Ja, in der Tat. Wir sehen eine Verfolgungsjagd. Also Michael Biehn rennt jetzt weg und die Polizisten verfolgen ihn auf relativ geschickte Weise. Erst schmeißen sie einen Polizisten raus, dann fährt der andere irgendwie um den Block rum und kommt dann von der anderen Seite. Aber Michael Biehn ist auch nicht von gestern und läuft dann eben halt in die dritte Richtung so und stolpert dann über das Auto, wird dann wieder verfolgt. Und schön, Taschenlampen, Nebel, dunkel, alles. Es ist spektakulär so. Also für so eine simple Szene, sag ich mal, ist es nicht schlecht gemacht. Das liegt natürlich auch an der Musik, die halt so ein bisschen anstrengend ist. Bis zu dem Moment, wo es dann plötzlich alles endet und der Polizist sich suchend umdreht, umguckt und die Musik endet und es ist alles ruhig. Und dann kommt Michael Biehn plötzlich von der Seite und überwältigt den Polizisten dahingehend, dass er ihm einfach seine Waffe nimmt und ihm dann anbrüllt, was für einen Tag haben wir heute. Lass mich, lass nochmal ganz kurz ein ganz bisschen zurück zur Verfolgungsjagd, weil was ich erstmal schön finde ist, dass wir hier, ja Schlinger, musst du mir sagen, Steadicam ist es ja eben nicht, weil sie nicht steady ist. Sondern es ist eine Kamera, die schwankt und mitläuft. Also es ist wahrscheinlich trotzdem eine Steadicam, weil... Sonst kannst du das Gewicht nicht tragen. Ja, aber sonst würde das aussehen wie Schwein. Ja. Ich meine, die Steadicam, die hängt ja, also normalerweise hast du ja so einen Gürtel um. Hanisch. Genau, so einen Hanisch und entweder einen Bogen, der über oben rumläuft und da hängt die Kamera dran. Oder du hast sie halt vor dir mit einem Gegengewicht. Und der Camera Operator hat natürlich in dem Moment schon die Möglichkeit, also A, wenn er läuft, je nachdem wie schnell er läuft, wirst du halt die Bewegung trotzdem sehen. Aber der hat natürlich sehr viel Kontrolle darüber, wie viel die Kamera sich dann tatsächlich doch noch bewegen soll oder nicht. Und wenn du natürlich ein bisschen, das Ganze ein bisschen dynamischer haben willst, dann machst du das halt dynamischer. Ja. Und das macht man ja hier, ne? Genau. Ich meine, du brauchst ja bloß mal irgendwie ein älteres Smartphone nehmen, das noch keine optische Bildstabilisierung hat. Und dann mal filmen und dabei laufen. Dann siehst du halt, wie ein Video aussieht, das keinerlei Stabilisierung hat. Und das ist hier schon im Vergleich, ist das super weich und super angenehm. Aber trotzdem so unterbewusst, also jetzt gerade die Sequenza läuft dann jetzt auch gleich auf ein Auto auf. Und davor ist schon auch sehr dynamisch. Das ist natürlich auch, weil die Gasse dann sehr, sehr eng ist. Die Kamera ist direkt hinter ihm. Also Enge macht ja auch Dynamik und Geschwindigkeit natürlich optisch. Und ich finde, das ist einfach sehr schön gefilmt. Bei Autoverfolgungsjagd, die wir hier ja auch noch haben werden, das ist man ja gewöhnt, aber so eine Zu-Fuß-Verfolgungsjagd so schön dynamisch darzustellen, finde ich hier eigentlich ganz gelungen. Also wenn du jetzt hier diesen Shot in der Gasse hättest und auf einem Dolly hinter ihm hinterher filmen würdest, das würde überhaupt nicht wirken. Genau. Also du hättest, das wäre mehr oder weniger derselbe Shot, weil du trotzdem hinter ihm durch die Gasse mit selbem Abstand fahren würdest, aber du würdest halt diese ganze Hektik einfach verlieren. Dieses Gefühl, hinter ihm herzurennen, würdest du komplett verlieren. Und das hat man hier natürlich schon. So, und dann wird er ja so halb angefahren von einem Auto und er hechtet so ein Stück weit über die Motorhaube und läuft dann aber auch direkt weiter. Das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Move. Also der Wagen bremst natürlich auch, aber da lässt er sich jetzt auch nicht großartig von aufhalten. Ich glaube übrigens, dass er das einfach direkt selber war. Dass das kein Stuntman war. Das könnte gut sein. Weil ich, also man sieht ihn in diesem Moment nämlich mit dem Gesicht von vorne, wo er über die Motorhaube rollt und das sieht einfach aus wie ein Michael Biehn. Also ich kann da kein Stuntman erkennen und ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt im Filmleben schon Möglichkeiten bestanden, das Gesicht so weit zu ändern, dass es ist. Also ich glaube, was wir glaube ich hier sehen, also ich glaube, dass er es nicht ist, der sozusagen von hinten aufs Auto springt. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er, als der Wagen schon steht, sich über die Motorhaube abrollt. Also er lässt, der Typ, der wirklich angefahren wird, das ist sicherlich ein Stuntman. Ja, okay. Im zweiten Shot bewegt sich das Fahrzeug ja nicht mehr. Was aber, was, also das müsste sich da ja eigentlich noch bewegen. So ist es nicht. Aber das ist in dem Fall ja auch völlig egal. Also wir, wir, wir sehen halt jetzt hier jemanden, der auch keine Narben am Rücken hat. Ähm, wenn man da mal so durchsteppt durch dieses Ding. Ja, das ist, wenn man durchsteppt, du siehst auch, das ist jemand anderes. Derjenige, also weil das hat sich ja Michael Biehn niemals gemacht, weil der, der fliegt ja schon relativ beeindruckend drauf auf die, auf das Fahrzeug. Und danach musste er sich ja wirklich nur noch einmal über dieses, da ist er von einer, von, entweder von einer Obstkiste runtergehüpft auf dieses Ding drauf oder hat tatsächlich so aus dem Stand gemacht. Und dann müssen, sehen wir nur noch die zweite Hälfte, wie er da gechillt rüberrollt. Ja. Und. Das hat er gemacht. Also das ist definitiv Michael Biehn. Und wahrscheinlich links davon, also wenn er zu weit gerollt wäre, liegen wahrscheinlich drei Matratzen, auf die er da hätte drauf fallen können, dass da nichts passiert. Also von daher, das ist er, das ist definitiv er selbst. Und das zeigt ja auch, auch wieder natürlich, so machst du halt gute Actionfilme, ne? Also du willst möglichst den Eindruck erwecken, dass die Schauspieler natürlich selber die Stunts alle machen, aber natürlich schon allein aus Versicherungsgründen dürfen sie das nicht. Weil wenn sich da einer was tut, hast du halt ein riesen Problem bei so einer Produktion. Und insofern, die zweite Hälfte wird er gemacht haben und natürlich war er auch relativ fit. Gibt's mal nix. Definitiv. Aber ich meine, das erinnert ja grundsätzlich nichts, aber es ist ja immer die eine Sache, dass sich keiner von den Hauptdarstellern erstmal verletzen darf, weil das teuer ist und gefährlich und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo sich natürlich am Set einer von den Hauptdarstellern verletzt, steht halt die Produktion im schlimmsten Fall. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass die, dass die, dass Filmcrews das gar nicht geil finden, wenn so die, die Schauspieler sagen, ich mach meine Stunts selbst. Was aber auch Bullshit ist. Also wenn du mal mit Szeneninsidern sprichst, also das ist dann sowas wie das, was jetzt Michael Biehn gemacht hat. Das ist dann das, wo sie sagen, ich mach das selber, weil es gibt Schauspieler, die machen auch das nicht, die zweite Hälfte vom Abrollen. Aber es gibt glaube ich keinen Hollywood-A-Schauspieler, selbst Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger nicht, die auf so ein bremsendes Auto draufgesprungen wären, weil das einfach für die Produktion einfach unsinnig wäre, dass sie das machen. Und insofern ist das natürlich viel Image, diese Behauptung, ich hab meine Stunts alle selber gemacht, aber ich, also Brancheninsider sagen immer wieder, das ist halt Bullshit, weil die, keine Versicherung in Hollywood und keine Produktion würde das zulassen. Genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Schlingel. Und dann gibt's ja auch noch Produktionen, die ein Enddatum haben, wo es dann heißt, der Film soll dann fertig sein und dann muss der im Kino sein. Das war jetzt bei Terminator natürlich nicht, weil der unter dem Radar flog. Aber bei großen Produktionen ist es ja häufig so, dass die sagen, der muss dann und dann im Kino sein. Und auch deshalb kannst du dir so eine Verzögerung nicht erlauben. Und wenn ein Stuntman sich ein Bein bricht, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber dann engagierst du halt für den nächsten Tag den nächsten Stuntman. Genau, ja. Und kannst trotzdem weiterdrehen, während gegen der Hauptdarsteller oder eine der Hauptfiguren die Produktion halt lahmlegt. Und deswegen glaube ich, heute, früher hab ich das auch immer gedacht, dass es so coole Schauspieler gibt, die ihre Stunts alle selber machen. Ich glaube, das ist deutlich weniger, als wir glauben, was sie wirklich machen dürfen. Und wenn du halt mal wissen willst, wie viel da schief geht bei jemandem, der das kann und das halt auch selbst macht, schaust du dir einen Jackie Chan-Film an und wartest, bis der Abspann kommt. Und dann guckst du dir seine, und ich meine, der Typ, der macht das offensichtlich sein Leben. lang schon. Und dann guckst du dir seine ganzen Outtakes an, was alles schief geht und wie er sich halt ernsthaft verletzt. Und ich meine, da weiß das vorher jeder im Zweifel. Genau, die Produktion ist auch ausgerichtet. Genau, da ist es keine Überraschung. Und deswegen macht das halt niemand, der da nicht in gewisser Weise ausgebildet ist. Übrigens einer, der, also so eine Geschichte, wo sowas schief gelaufen ist, ist der Film Dirty Dancing. Ich hab jetzt kurz diese Netflix-Reihe gesehen, The Movie Z-Maters, wo Patrick Swayze in dieser Sequenz, wo sie auf so einem Baumstamm Gleichgewichtsübungen machen, Patrick Swayze selber auf dem Baumstamm war und sich Jennifer Grey hat dubeln lassen. Jennifer Grey hat sich aber für jeden Dreck dubeln lassen. Für alles dubeln lassen in dem Film. Oh, sie müssen ein Glas Wasser trinken. Oh, bitte, Stuntfrau, bitte. Genau. Aber Patrick Swayze ist tatsächlich von diesem Baumstamm runtergefallen, hat sich da auch erstmal ordentlich bei wehgetan. Und das war dann für die Produktion auch ziemlich scheiße. Und er war ja grundsätzlich eh schon ein bisschen angeknackst, so beinmäßig. Also von daher insgesamt nicht so cool. Und da auch wieder, das fand halt dann die Crew nicht so geil. Ja, genau. Also wenn du Glück, also um das vielleicht noch abzuschließen, wenn du Glück hast, ist die Crew halt flexibel genug, um zu sagen, okay, wir drehen halt jetzt erstmal Dinge, wo wir halt die Person nicht brauchen. Aber naja, das ist halt auch Glückssache, sag ich mal. Genau. Und Verletzungen, es gibt auch Schauspieler, die ja mit Verletzungen in Dreharbeiten reingehen. Das haben wir hier bei Terminator ja übrigens auch. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal... Genau, hat man ja gesehen bei Michael Biehn, die ganzen Narben. Genau. Aber hinterher auch richtig, es gibt auch Stellen, wo man es ganz, ganz doll sieht, dass jemand eigentlich verletzt ist und das gar nicht machen kann, eigentlich, was er macht. Werden wir aber später hier im Verlauf des Films nochmal thematisieren. Kleiner Spoiler für die nächsten Folgen. Oh Gott! Nicht auszuhalten, die Spannung, ne? Ja, ja, das ist unfassbar. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, gleich an den Punkt, den Arne ja thematisieren wollte, nämlich... Ich muss nochmal kurz darauf hinweisen, ich habe jetzt hier, während ihr gesprochen habt, genug Zeit gehabt, um in dieser Szene immer wieder hin und her zu skimmen. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Also dieses Auto zum Beispiel, ne, das fährt da lang mit dem Plan an der Stelle anzuhalten. Ja, natürlich. Die Quietschspuren, die sind ausschließlich auf den letzten 30 Zentimetern der Reifenbewegung. Die Reifen quietschen während dieser Zeit nicht, die drehen sich. Und Reifen, wenn sie sich drehen, auf dem Fußball, dann quietschen die einfach nicht. Der Fahrer guckt die ganze Zeit gerade aus, statt mal auf den Typen zu gucken, der irgendwie da auf sein Auto erspringt, so. Man sollte sich das einfach nicht in dieser Detailfülle angucken. Ist aber, glaube ich, gerade bei sehr actionreichen Szenen, glaube ich, in jedem Film zu empfehlen, weil ich meine, du machst natürlich, du machst natürlich, naja, also du drehst natürlich eine Szene nicht so, also du fährst einfach mal hier lang und irgendwann springt jemand, vielleicht springt jemand raus, vielleicht auch nicht und dann hältst du mal an, sondern das wird natürlich auch sehr choreografiert. Auch wenn Alexander vorhin sagte, ja, wenn sich dann so ein Stuntman was bricht, dann ist das zwar schade, aber dann nimmst du dir einen anderen. Aber es ist ja nicht so, dass man sagt, hier, wir machen jetzt so eine Checklist an die Wand, wie viele Stuntman können wir verschleißen? Wie viel Stuntman denn noch? Genau, natürlich ist das auch ärgerlich und das will auch natürlich keiner und Stuntmans sind natürlich sehr stolz darauf, dass sie sich nicht verletzen in ihrem Job und planen das natürlich alles und das ist genau, wie du sagst, Anne, vor allen Dingen bei so einem leicht, so ein bisschen feucht wirkt es ja auch, also quietschende Reifen hinzukriegen und gerade mit so amerikanischen Schlitten irgendwas quietschendes hinzubekommen, ist eine Art so unmöglich, weil diese amerikanischen Autos gerade auch aus der Zeit, die haben ja gar nicht so viel Kraft auf die Straße gekriegt, als dass irgendwas hätte quietschen können. Und die sind ja so weich gefedert, also dieses Quietschgeräusch ist halt auch so eine, genau so eine Hollywood-Konvention, wie das Schwert, was ein Geräusch macht, wenn du sie in die Scheide steckst. Schwert machen, innerlich, das Geräusch gibt es halt nicht. Das metallische Klicken von Pistolen, wenn man sie bewegt. Ja. Oder das Schießen von Pistolen mit Schalldämpfer, es ist ja auch so ein Hollywood-Geräusch. Ja. Ja. Okay, kommen wir weiter zu der Szene, von der ich gerade sprach. Genau, also er biegt dann irgendwann in so eine Nebengasse ab, der Polizist sucht ihn und dann kommt das, was du sagst, nämlich, dass er den Polizisten anspringt, quasi. Das übrigens, finde ich sehr schön, nochmal kurz vorher so eine Entschleunigung, ne? Also wir waren gerade bei der großen Dynamik. Genau, ja. Michael Biehn biegt dann ab, Polizist kommt hinterher in diese andere kleine Nebengasse und dann ist das Tempo ein deutlich anderes plötzlich, ne? Ja, genau, genau, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt ja auch plötzlich so einen Ambience-Sound, den wir vorher überhaupt nicht bemerkt hatten, wenn er denn da war. Also es ist schon, schon plötzlich schwingt es für so ein paar Sekunden in so ein Horror-Movie, wo dieser Polizist einfach nicht weiß, was ihn erwartet. Das ist alles irgendwie gruselig und dunkel und ein bisschen spärlich beleuchtet. Und dann haben wir natürlich auch diesen Horror-Effekt, wenn Michael Biehn ihn anspringt. Genau, typisch. Ich möchte vielleicht an der Stelle, es mir wirklich leid, tut Arne, nochmal zurückspringen ein bisschen. Weil wenn wir uns diese... Wir fangen nochmal direkt vorne an, wo diese Polizei da hält. Also tatsächlich so ein bisschen ernsthaft, da passiert ja akustisch jetzt nicht großartig was in der Szene. Diese Szene wird ja auch wieder getragen von Musik. Also du hörst keine Schüsse, du hörst kein gar nichts. Man hört so ein bisschen nackte Füße und mal so ein bisschen Sirene. Aber das ist hauptsächlich so ein Synthi-Bett, das da die ganze Zeit liegt und diese Szene mitträgt. Und von daher, das ist schon... Das macht so ein bisschen... Also weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist so wie so ein Horrorfilm. Da streicht es so ein bisschen, weil das halt so ein diffus ist, so ein diffuser Ton ist. Ja, ja, stimmt. So, und jetzt darfst du... Genau, um das zu unterschreiben, da sieht man halt auch wieder Soundtrack, wie der ja auch ein Teil des Films letztendlich mitformen kann. Und auch die Dynamik in was reinbringt. Mit einer anderen Musik würde es dann auch schon wieder anders wirken, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also du hörst ja tatsächlich schon so ein paar Geräusche, die du eben auch vermuten würdest. Also wenn er zum Beispiel auf dieses Auto fährt, das Auto quietscht so beim Draufspringen und er macht halt auch ein Geräusch in dem Moment, wo er auf das Auto fällt. Und dann läuft er irgendwie später gegen eine Tür und die macht halt auch so ein metallisches Scheppern so. Also das sind die Sachen, die du hörst, weil der ganze Rest, irgendwelche Umgebungsgeräusche, Fuß, Laufen, Stöhnen, irgendwas ist alles nicht da. Ja, genau, genau. Ja, so und dann kommen wir jetzt auch raus. Also wirklich, das geht aber gar nicht. Genau, der Jumpscare. So heiß ist es, ne? Ja, genau. Ich wollte nochmal zurück zu der Szene, wo am Anfang in der Zukunft, wo dieser Text... So und dann ringen sie miteinander, ich ignoriere dich jetzt einfach. Und der Polizist schießt ja auch noch. Stimmt, der schießt ja auch noch. Das ist natürlich auch so ein typisch amerikanisches Ding, dass der Polizist einfach sofort losschießt. Wissend, dass die Pistole völlig in die falsche Richtung zeigt und er möglicherweise einfach irgendjemandes Wäsche gerade durchballert. Ja. Und nach dem Schuss entwindet ja der halbnackte Typ ihm die Waffe und bedroht ihn mit der Waffe und fragt so leicht, wahnsinnig könnte man meinen, zumindest voll mit Adrenalin, vollgepumpt, was für einen Tag haben wir? Also du gehst ja eh davon aus, dass er wahnsinnig ist. Ich meine, der Typ hat gerade einem Obdachlosen die Hose geklaut. Und dann hat sie angezogen, was ist, das ist wirklich die widerlichste Hose der Welt, die ist vollgepisst oder vollgeschissen. Du siehst es ja am Anfang, also zumindest ist sie nass, wie auch immer. Vielleicht auch nur, weil der Obdachlose eben in der Feuchtigkeit saß. Und dann rennt er da vorne vor, der Polizei nimmt ihm die Waffe weg und dann, ja klar, der ist, der hat nicht mehr alle Schrauben locker. Der hat doch alle Schrauben locker. Genau. Und dann sagt der Polizist, natürlich so leicht irritiert, wir haben den 12. Mai, Donnerstag. Und ihr? Genau. Welches Jahr? Ja. Und die Aussage des Polizisten ist dann sehr ähnlich dem, was der Müllwagenfahrer einfach gesagt hat, im Original zumindest. Und der Typ sieht dann, wie das Polizeiauto kommt und noch ein zweites Polizeiauto, also sie scheinen ihn einzukeilen und ist dann in der Lage, eine Tür, die mit einem vorher geschlossenen Kette verschlossen ist, einfach aufzubrechen. Ja, das ist ein bisschen wild. Vielleicht war das also relativ unwahrscheinlich dafür in Anbetracht dessen, dass es irgendwie der Hinterhof, der Asi-Hinterhof ist mit eimerweise Müll. Also man könnte ja glauben, vielleicht ist die Kette einfach nicht richtig eingehängt. Scheint aber nicht der Fall zu sein, weil es ist ja dann doch irgendwie so ein Department-Store. Ja. Naja, und dann sagt der Polizist noch, gibt seinen Kollegen den Hinweis, let's go, he's got my gun. Und ich glaube, ich glaube, den Rest dieser ganzen Verfolgungsgejagd. Machen wir beim nächsten Mal weiter, oder? Also ein kleines Detail, nachdem ich jetzt ja auch gerade hier den Ahne mache und durch dieses wundervolle Ding durchsteppe, das ist natürlich, wenn wir uns diese Tür nochmal kurz angucken, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, Alexander. Also dieses Schloss an dieser Tür ist einfach ein Witzschloss. Also das Schloss ist voll super, das ist nämlich sehr, sehr dick und sehr, sehr stark und da hängt diese Kette dran, die ist auch relativ gut, aber das hängt dann einfach an dem kleinsten Haken der Welt, der ist in diese Tür reingeschraubt und da hängt das Schloss dran. Also wahrscheinlich wäre das kein Problem, sich einfach gegen diese Tür zu lehnen und dieser Haken würde aus dieser Tür rausreißen oder sich aufbiegen und genau das passiert wahrscheinlich. Vielleicht ist aber sonst noch irgendwo eine Säuberungsstelle da eingebaut, dass das einfach aufgeht, weil das ist ja tatsächlich ein Take, wo Michael Biehn diese Tür aufschiebt und da löst sich die Kette von sich selbst. Also die ist da wahrscheinlich einfach nur mit irgendeinem dünnen Faden angeneht, damit sich diese einfach löst und dann muss ja offensichtlich das Ding aus der Tür rausreißen, weil er schiebt sich ja einfach durch und dann löst sich die Kette von der Tür ab. Also die Kette, die ist rein optisch, also die, das ist eine typisch amerikanische Kette, das sieht voll gut und voll stabil aus, ist aber alles nur ein schlechter Witz. Ja. Und das ist halt Actionfilme, Actionsequenzen darf man sich einfach nicht langsam angucken. Wie schon gesagt. Aber also wir sind jetzt ja in Minute neun so gerade angekommen des Films und im Grunde genommen insbesondere diese Sequenz mit dem zweiten Menschen, der durch Blitze ankommt, ist ja im Prinzip eine sehr, sehr dynamische Sequenz, die man natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit analysieren darf, sondern wenn du im Kino sitzt oder zu Hause sitzt und das anguckst, ist das eigentlich schon relativ mitreißend. Ja, definitiv. Also die Schnitte sind ja auch relativ, die sind sehr schnell, also dieses Aufmachen der Tür, das sind ja keine, das ist ja keine Sekunde oder vielleicht zwei. Genau. Und dann ist das völlig okay, weil zack, 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 du springst halt von einem Ding in dem anderen, du hast halt ein schnelles Pacing da drin und du nimmst ja so ein bisschen das Adrenalin mit, so was passiert denn da überhaupt? Und alles, ja, aufregend, also zur damaliger Zeit sicher noch deutlich aufregender als das heute ist, wenn man sich den Film anguckt, weil der funktioniert natürlich anders heute, wobei er immer noch sehr gut funktioniert, muss man natürlich ehrlich sagen. Aber es hält ja niemand im Kino das Bild an und guckt und sagt dann, ja, Entschuldigung, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn hier. Gucken wir das nochmal zurückspulen, das habe ich da fast gesehen. Ja, genau. Gibt es natürlich auch Kinozuschauer, die das können tatsächlich und die das machen, aber die haben dann ja auch in der Regel meist nicht so viel Spaß an Filmen. Ja, das stimmt. Die haben dann auch ein Kino für sich alleine und die Leute, die da sonst so mit drin wären, die würden das auch nicht gut heißen, wenn jemand zurückspult. Ja, definitiv. Ich glaube, da sind viele Ehen dran zerbrochen an solchen, na gut, lassen wir das. Ja, weißt du, und da hat man dann wieder den Vorteil, dass wenn man sagt, meine Frau fände es nicht so geil, dass man sagt, vielleicht finde ich zwei andere Idioten, die sowas, so einen Scheiß mitmachen wollen und dann setzt man sich virtuell zusammen und guckt sich virtuell zusammen einen Film an und sagt, nehmen wir das doch mal auf, es gibt sicher noch ein paar Bescheuerte, die sowas sich auch noch runterladen und nachträglich anhören würden. Wobei wir niemals unsere Hörerinnen und Hörer als bescheuert bezeichnen würden. Du ein bisschen schon, aber auch mit guter Art und Weise. Das hast du denn jetzt gerade hier begleitigen wollen, also das ist ja auf diese Weise jetzt nicht. Genau. Ja, damit sind wir auch schon in Minute neun angekommen. Ihr merkt, wir sind rasend schnell in diesem James Cameron Podcast, der uns ja bis in unsere eigene Rente begleiten wird, wenn wir ja all seine Filme durchgesprochen haben. Dich zumindest, ja. Bei mir definitiv wird das so sein. Aber ich glaube, das ist ganz gute, Sollbruchstelle und dann können wir nächstes Mal Abenteuer im Warenhaus, im Kaufhaus. Ja, ja. Sollbruchstelle darfst du im Zusammenhang mit Basti nicht erwähnen. So, hä? Genau. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja selber ein halber Terminator. Korrekt. Korrekt. Ja, schön, dass ihr alle dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörer. Ich würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal. Nächsten Monat. Zuhörerinnen. Liebe Zuhörer, ich, das war, das war das neutrale Plural. Zuhör, Zuhörix. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, das muss ein österreichischer Kabarettist gewesen sein, der hat irgendwann mal vorgeschlagen, dass man alles mit X versieht am Ende. Zuhörix. Ich finde, I ist die schöne, schönere Plural. Zuhörei? Ja. Zuhörei. Nee, da finde ich X schöner. Nee, 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 Asterix, nee. Ich halte übrigens völlig mit Absicht meinen Mund. Das ist auch gut so. Einer muss ja auch neutral bleiben. Ist gut. Ja. Das wird jetzt nicht besser. Lassen wir uns auf. Ui, ui, ui. Arne, Mulry, ab. Ja, okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.